Musik Wetten, dass die Hundertste live aus Düsseldorf Heute mit einem LKW auf Glas, Fitness auf 100 Beinen Einem Superhirn voller Zahlen, Präzision unter Segeln Und einer Kapelle, die sich dünne macht Und hier kommt der Jubilar, Thomas Gottschalk Guten Abend Guten Abend Guten Abend Guten Abend Herzlich Willkommen zur Hundertsten Wetten, dass Danke Hier hat alles begonnen Hier jährt es sich Düsseldorf Herzlich Willkommen Alle Besucher hier in der Philippshalle Und natürlich alle Zuschauer in Deutschland, Österreich und in der Schweiz 99 Wetten, dass Hoffen sich für Sie entspannende Fernsehabende Wir wollen dafür sorgen, dass heute ein Hundertster dazukommt Es kann sein, dass es ein bisschen länger dauert Also so Schreinemarkers Plus Vielleicht, vielleicht, ich will nicht zu viel versprechen Fließt am Ende der Sendung sogar Blut Bloß damit Sie dranbleiben Aber das, das steht alles in den Sternen Denn wir haben uns gedacht, was machen wir zur Hundertsten? Ein paar Erinnerungen Wir suchen sozusagen die Mega-Wette Das war das, was in den ganzen 99 Sendungen uns und Sie am meisten beeindruckt hat Und natürlich gibt es ein paar Erinnerungen Ich werde beispielsweise oft gefragt Was war denn für dich das größte, das schönste Erlebnis Im Zusammenhang mit Wetten, dass Und ich muss sagen, es war ein bestimmter Auftritt Von einem Mann, der mich sehr beeindruckt hat Und ich würde ganz gerne heute auch noch einmal sagen können Es geht leider nicht, aber damals konnte ich es noch Hier ist Heinz Rühmann Guten Abend Das war er damals und das war sein letzter Auftritt im Fernsehen Und mit diesem Besuch von Heinz Rühmann hat unsere heutige Saalwette zu tun Ich habe mir nämlich gedacht Heute sollen es mal nicht die Schwiegermütter in Schubkarren sein Heute sollen es mal nicht die Pizzabäcker sein Die am Ende hier Pizza austeilen Heute soll es was ganz anders sein Ich begrüße Hertha Rühmann in dem Auto von Heinz Rühmann Guten Abend Herzlich Willkommen Ein blitzender Jaguar Der gehörte Heinz Rühmann und stand bis vorgestern in einer Garage in Starnberg Frau Rühmann, wir haben miteinander gesprochen Und Sie haben gesagt, Sie könnten sich vorstellen, dass Sie dieses wunderschöne Erinnerungsstück an Ihren Mann Wetten, dass überlassen Jaguar Deutschland Dafür möchte ich mich bedanken Das ist Herr Dück, der Verkaufschef von Jaguar Deutschland Hat das Auto von Ihnen erworben und hat es uns zur Verfügung gestellt Hat es auf Schuss gebracht Das heißt, das Ding ist TÜV-fertig, ist neu poliert Dafür können Sie die Verantwortung übernehmen In der Tat Steht da wie eine Eins Frau Rühmann Erstens mal herzlich Willkommen Und herzlichen Dank Dass Sie sich für den guten Zweck von dem Auto trennen wollen Mein Mann und ich Wir waren sehr beeindruckt von der Arbeit, die Karl-Heinz Böhm in Äthiopien geleistet hat Wir haben vor einigen Jahren einen Videofilm gesehen Wir haben uns damals schon überlegt, wie man vielleicht auch seinen Beitrag leisten könnte, um zu helfen Und das tun Sie heute Karl-Heinz Böhm Seine ganze Arbeit, die er vorher im Stillen betrieben hat, bekam durch Wetten, dass ein ungeheuren Auftrieb Wir werden nachher Frank Elsten hier begrüßen, wenn wir uns ein bisschen daran erinnern Dass plötzlich die Idee Menschen für Menschen während einer Wetten, dass Sendung geboren wurde Und eine Riesenbewegung wurde, die bis heute funktioniert Und wir wollen heute in der 100. einen Beitrag dazu leisten, dass noch mehr reinkommt Und eventuell einen Riesencheck heute Abend an Karl-Heinz Böhm am Ende der Sendung überreichen Ich sage Ihnen jetzt die Faxnummer, die Sie anwählen können, wenn Sie meine Saalwette aufnehmen Ich wette mit Ihnen zu Hause, dass es mir gelingt Bis zum Ende der Sendung Für dieses Auto das Originalfahrzeug von Heinz Rühmann Und da haben wir einen Beweis dafür, damit Sie also nicht sagen, die schummeln Ein Foto, da ist Heinz mit dem Wagen Und der Originalfahrzeugbrief Das ist er, eindeutig der Name Heinz Rühmann Dann seine Frau Und hier unten können dann demnächst Sie stehen Ich wette mit Ihnen, dass es mir gelingt, am heutigen Abend über irgendein Faxgebot Und zwar ernst zu nehmen Also wir checken das natürlich nicht, dass einer irgendwo in Bierlaune heute 50.000 Mark spendet Und morgen merkt, dass er sie gar nicht hat Also, wir kontrollieren das Wenn ich meine Wette gewinne, dann bin ich froh Wenn ich sie verliere, wäre ich bereit, einer anderen guten Idee ein bisschen auf die Sprünge zu helfen Nämlich dem Blut spenden Haben Sie schon mal Blut gespendet? Nein Ich habe es einmal Ich habe es einmal und es piekst ein bisschen, aber es hilft Deswegen habe ich gedacht, wenn ich die Wette verliere, am Ende der Sendung spende ich Blut Ich halte den Arm hin und es läuft Also ich meine, wenn Sie mich bluten sehen wollen Na Moment, ich hoffe ja, dass es nicht nötig wird Denn es muss doch irgendjemand da sein, der sagt, 50.000 Mark zahle ich Hier ist die Faxnummer, die Sie bitte anrufen, beziehungsweise anwählen Und wo Sie Ihr schriftliches Gebot abgeben können für den Jaguar von Heinz Rühmann Frau Rühmann, also, Sie trennen sich davon Würden Sie eventuell für weitere 25.000 Mark eine Woche mitgehen Oder würden Sie sagen, nein, nein, Sie bleiben lieber zu Hause Dass man einfach sagt, ich möchte Frau Rühmann so für zwei Wochen mal mit nach Hause Einfach ein bisschen erzählen oder für die Kinder aufpassen Oder wollen wir Sie Ich muss dringend zu Hause bleiben Ich habe einen Hund und der kann ich Frau Rühmann wird nicht versteigert, das Auto Aber von mir kriegen Sie ein paar Blumen Ich bedanke mich, Sie bleiben bitte bei mir Herzlichen Dank Dankeschön, auf Wiedersehen Oh, danke sehr, Frau Rühmann Und das ist das Auto Wie gesagt, ein Jaguar Bildschön für Sie heute mit nach Hause zu nehmen Dann haben wir ein paar Altlasten aufzuarbeiten Sie erinnern sich, in einer meiner letzten Sendungen Hat eine Familie Porzellan zerdeppert Es ist ihn leider nicht so gut bekommen, wie wir das gehofft hatten Es waren Hillo und Gerd Schröder Sie haben das Familien Porzellan hier an die Wand geschmissen Und jetzt haben Sie sich bei Wulwort beide Neues kaufen müssen Und zwar zweimal Aber Sie haben von der Rosenthal-Stiftung Hillo hat von der Rosenthal-Stiftung für Ihre Tschernobyl-Stiftung Geld bekommen Das war eine ganze Menge Wir zeigen hier die Scheckübergabe Da sehen Sie, dass das Geld in die richtigen Hände gekommen ist So, gut, aber das war sie Und wir haben eine zweite Aktion, die beim letzten Mal begonnen wurde Sie erinnern sich, ich war gerade dabei, mich in Inge Meisel zu verlieben Und umgekehrt, als sie mit der Idee kam Mir in dieser Wetten-Das-Sendung heute zu helfen Und zwar als Garderobenfrau Das hat sie getan Sie hat heute in der Philipshalle hier Garderobe entgegengenommen Und das können wir auch beweisen Wir haben einen kleinen Film davon gemacht Und alle Zuschauer, da ist sie Da sieht man, wie nett die Leute zu Garderobenfrauen sein können Tut mir leid Auf den Bügel oder so Auf den Bügel oder so Inge Meisel bei der Arbeit Und dann haben Sie, wenn Sie mitgespielt haben, zu Hause Natürlich sollte es ein bisschen was Besonderes geben Die Chance, am Ende der Sendung einen nagelneuen Mercedes ihr eigen zu nennen Wir haben ein Spiel gemacht Wo Sie sich für eine Wette entscheiden sollten, die heute gespielt wird Jetzt zeige ich Ihnen erst mal die Autos, die Sie eventuell heute gewinnen können Wir haben sie für Sie vorfahren lassen Das ist unser Angebot für Sie Da wäre Ein C-Klasse Kombi Nagelneualle Ein E-Klasse Kombi Das hier ist ein Familienauto Deswegen heißt er V-Klasse Kombi Das ist ein Design E-Cabrio Und das ist der berühmte SLK Ein 230er Kompressor Das sind die Autos, die Sie gewinnen können Wir wollen heute folgende Wetten spielen Die Urwette Der Lkw auf Gläsern Die menschliche Brücke Über die viele, viele Mädchen marschieren werden Wir werden die Superzahl haben Gemerkt vom Superhirn aus der Schweiz Und wir werden eine Blaskapelle haben Wo sich 40 Menschen in ein winziges Auto quetschen Außerdem ein riesiges Segelschiff Das in einer großen Aktion in Lübeck live durch eine Brücke segelt Das also und noch viel mehr passiert heute Hier ist die erste Wette Wenn Sie mitgespielt haben Bitte bleiben Sie dran zu Hause Am Ende wissen Sie Ob Sie einen Mercedes kriegen oder nicht Erst gibt es was fürs Hirn Denn Wetten, das war auch immer Geistesnahrung Es war nicht nur Schmarrn Schauen Sie sich diese Zahl an 600 Stellen hat sie Auf eine Rolle geschrieben Stellen Sie sich vor Sie sitzen auf dem Topf Und auf der Klorolle steht eine ewig lange Ziffer 600 Zahlen Sie nehmen sich eine Stunde Zeit für die Sitzung Und beschließen Am Ende die Zahl im Kopf zu haben 600 Zahlen in einer Stunde zu merken Ich sag Ihnen, das ist scheiß lang Das heißt also Sie müssen sich pro Minute Müssen Sie sich schon mal 10 Zahlen merken Das heißt, Sie müssen sich pro Sekunde Einen Haufen Zahlen merken Das heißt, Sie haben kaum Zeit Der Mann, der behauptet, er kann das Wird jetzt bei uns einmarschieren Er wird versuchen, sich innerhalb einer Stunde Eine Zahl mit 600 Ziffern zu nennen Er kommt aus der Schweiz Wie kann es anders sein? Die haben da noch Zeit für sowas Hier ist Hans Berstolz Hans, guten Abend Hans, ich kann mich sehr gut an dich erinnern Ich weiß nicht mehr genau, wann es war Wann genau hast du diese Wette bei uns gespielt? Am 5. November 88 88 Also auch schon fast wieder 10 Jahre her Siebener Siebener, ja gut, du rechnest schneller als ich Wird das Hirn mit der Zeit etwas nachlässiger? Brauchst du heute länger für so eine Zahl Oder geht das inzwischen, weil du geübt hast, immer schneller? Ich habe meine Technik etwas verbessert Ich hoffe, das gleicht sich aus Ein normaler Sterblicher wird es ohnehin nicht nachvollziehen können Aber du bist Lehrer Hast du deinen Schülern irgendwelche Tricks schon verraten können Die andere Lehrer eh nicht verraten können, wie man das Hirn trainiert? Oh, ich habe keine besonderen Tricks Das, was ich mache, das ist eigentlich ziemlich bekannt Du merkst ja einfach eine lange Zahl Ja, ich kann schon sagen, wie Aber mit Hilfe von Bildern Also ich übersetze Zahlen in Worte Nach einem System, das ich selbst gemacht habe Und die Wörter dann in Bilder Ah ja, aber das dauert seine Zeit Also wenn du dir für sechs einen Hasen überlegst Und dann sagst du, also gut Das Wichtige ist, dass man von einer Zahl Möglichst schnell auf das Bild zugreifen kann Und das ist das, was das Training braucht Also 725 muss einem sofort ein Nashorn in den Sinn kommen Ja, das stimmt Ja, das ist laut Gut So Was hier bei dieser Zahl in den Sinn kommt, weiß ich nicht Da müssen einige Nashörner durchs Bild laufen Wir haben diese Zahl hier für unser Publikum An der Wand ausgedruckt Sie ist einen halben Meter kürzer als die Philipshalle 600 Stellen, von denen du behauptest, dass du sie während einer Stunde merken kannst Wir haben diese Zahl gerade runtergeklappt Du hast sie vorher nie gesehen Du wirst von mir hier eine Kopie dieser Zahl bekommen Du kannst dich eine Stunde zurückziehen Aufs Häuschen, wo auch immer du willst Und wirst dir diese Zahl merken Und dann werden wir ein paar verrückte Fragen stellen Du wirst dir also Kombination merken müssen Du wirst dir ein Stückchen eine Zahl rückwärts merken müssen Ich halte es für fast nicht möglich Ich gebe dir eine Stunde Lernzeit Wir sehen uns dann wieder Das Superherren aus der Schweiz Hans Bergthold Bis gleich Wenn wir die Geschichte von Wetten, dass erzählen Dann ist das nicht so langweilig wie die Geschichte Die man in der Schule hat Weil sich viele, viele von uns noch erinnern Und natürlich gehört an den Anfang Erstmal der Vater von Wetten, dass Klar, dass er heute dabei ist Hier ist Frank Elstner Ja, ich hatte eigentlich Frank Elstner angesagt Aber es tut mir leid Es ist ein Mantel übrig geblieben Und ich muss dem Publikum jetzt fragen Wem gehört dieser Mantel? Denn ich gebe ihn gern zurück Er liegt rum bei mir da vorne Was mache ich? Haben Sie die Plakette abgegeben und den Mantel behalten? Aber nein, der Mantel ist einfach dort liegen geblieben Und jetzt muss ich Es ist ein sehr hübscher Mantel sogar Ja Bitte Bei Ihnen schleppt er ein bisschen Aber ansonsten Das ist ja auch für Sie gedacht Ach so, das ist hier Ja Es scheint ein Herrenmantel zu sein Hier? Ein Wändeschal, rot-schwarz Ist das irgendwie hier? Kinder, seid nicht so geizig Drei Mark kostet die Garderobe Gebt das hier Aber der Schal kostet fünf, also Na, das weiß ich nicht Vielleicht können wir noch ein bisschen versuchen Vielleicht meldet sich jemand Aber ich möchte jetzt schon Die Nation wartet auf Frank Aber ich bedanke mich trotzdem, dass sie da war Wir sehen es vielleicht nachher nochmal Also denkt dran, wer den Mantel haben will Meldet sich bei mir Tschüss Frau Meisel, herzlichen Dank So Gut Also Hey Servus Grüß dich Frank Elstner Dankeschön Danke sehr Gerade wollte ich nochmal tief Atem holen Vielen Dank Frank Biss du doch 15 Jahre ist es her Wir werden sehen, dass wir heute nicht zu bewegt werden von der eigenen Geschichte Aber es ist schon was Besonderes Ich meine, die Luft von Wetten, das schmeckt sie anders als die von anderen Fernsehsendungen? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, zuerst wollte ich dir drei Mark mitbringen, weil du hast deinen Mantel noch nicht abgegeben Ja Moment Inzwischen ist Wetten, das so feierlich, dass unser einer jetzt ein bisschen was tun muss zur Hundertsten Also die Geschichtsstunde ganz kurz Die erste Sendung vor 15 Jahren hier in Düsseldorf Ich hatte feuchte Hände Und ich bin heute noch genauso nervös Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Zuschauern Denn ohne die Ideen der Zuschauer wäre es nicht so weit gekommen Und dir sage ich ganz herzlich Dank Denn keiner hätte das besser nach oben bringen können wie du Und ich hoffe, du machst noch 100 Sendungen Danke an Thomas Gottschalk und das ZDF Dankeschön So, das war das Dankeschön Jawohl Jetzt zur Sache Nein, nein, ich meine, wo man sich nicht vorbereiten konnte Wo man gemerkt hat, hoppla, jetzt hat er aus dem Bauch reagiert Und das sah damals so aus Hier, Sekunde mal Moment, Moment, Moment Moment, Moment, bleib ruhig hier Moment, Halt Udo, lass bitte die Herrschaften hier Ich möchte hierzu folgendes sagen In meinem Studio wird keiner rausgeschmissen Bravo, sehr gut Meine Herren Ja, das hast du gesagt, bleib da Da rein, mein Donaukanal ist trotzdem gekommen Du weißt, es war damals eine Demonstration für die Erhaltung der Donauauen Und das war der damalige Bundeskanzler Sinovac da Und wir hatten natürlich Angst, dass das eskaliert Aber ich glaube, ich möchte ja den Namen nicht im Mund nehmen, sonst werden sich jetzt schon alle nervös Wenn man zum Beispiel mit den jungen Menschen, die jetzt so verrückt sind nach Teg Zed Wenn man da jetzt zu scharfe Kontrollen einführt, dann würde das auch eskalieren Das heißt, man muss sie lassen Man muss sie lassen Und das funktioniert immer Take that Frank Es gibt auch ein paar Menschen, die mit Wetten, dass unmittelbar zu tun haben Manche wissen es gar nicht Es gibt ein Mädchen, die wurde in Düsseldorf geboren, das ist nichts Besonderes Die wurde geboren, während du zum ersten Mal, wie du gerade gesagt hast, mit feuchten Händen vor das Publikum tratest Da stand ein Vater in einem Düsseldorfer Krankenhaus auch mit feuchten Händen Und sagt, hoffentlich wird es ein Mädchen Es wurde ein Mädchen Hier ist ein Kind, das während der ersten Wetten, dass Sendung in Düsseldorf vor 15 Jahren geboren wurde So sieht sie heute aus, Regina Menneken So alt ist deine Sendung jetzt und so hübsch ist sie immer noch Hat dir die Tatsache, dass du während einer Wetten, dass Sendung an dem gleichen Tag geboren wurdest, irgendwas gebracht fürs Leben? Nö, überhaupt nicht Bist du ein Take That Fan? Nö, auch nicht Oh, ey Jetzt pass auf, neues Spiel, vielleicht sagt sie dreimal nö Es gibt zwei bis drei Aber ich hätte dazu vielleicht noch eine Frage In der ersten Sendung, die wir gemacht haben, die war glaube ich fast eine Stunde zu lang Das können wir uns heute auch leisten In der ersten Sendung konnten 100 Kinder nicht auftreten, weil ich zu lange überzogen habe Und dann sind die stinksauer nach Dänemark zurückgefahren Und vielleicht kann ich an dieser Stelle mich mal bei den Flying A-House-Kindern endlich nach 15 Jahren mal öffentlich entschuldigen Also das nächste Mal seid ihr dran Ist verjährt, danke schön Und was du übrigens nicht weißt, aber was ich vermute, kann es sein, dass du auch während Dalli Dalli gezeugt wurdest oder ist das? Keine Ahnung Das wäre natürlich noch schöner für uns, aber wir wollen ja nicht nachhaken Eine andere Geschichte Erinnerst du dich an deine erste Wettkönigin? Ja Ich weiß, sie war blond Sie war blond und das ist sie immer noch Heute ist sie 15 Jahre älter Petra Passen Das sind unsere beiden Erinnerungsmädels Bitte schön Herrmann, die Ahnung, Frank Dankeschön So Wir haben das Ganze dokumentarisch natürlich auf Band Da sieht auch das ganze Studio noch ganz anders aus Vier Plätze waren damals noch leer Das könnte heute nicht mehr passieren Also die erste Wettkönigin, Petra Passen Hier ist die Wettkönigin der ersten Sendung Wetten, dass Und wisst ihr, wisst ihr, was die Wettkönigin für euch gewonnen hat? Ihr kennt doch alle das wunderschöne Buch, das fliegende Klassenzimmer Petra, der Lehrer und die ganze Klasse wird ein fliegendes Klassenzimmer und ihr fliegt alle nach Berlin Und da wart ihr auch in Berlin? Ja Ja, erinnerst du dich an diesen Abend? Bleibt denn sowas in Erinnerung oder ist das inzwischen Geschichte? Ich denke, mein ganzes Leben bleibt da in Erinnerung Ja? Ja Ja, und Frank hat sich kaum verändert, immer noch ein hübscher Bengel Wollen wir das Foto mal nachstellen, einfach so für die Zeitzeugen? Petra, du hast aber auch nicht nachgelassen Also hier, warte mal, wo ist das Bild? Nein, 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 wir brauchen das Originalfoto, guck mal, da ist das, hier oben, Frank, guck mal Alles klar, ja Stellen wir das nach? Aha, ja, gut Da war noch so ein Eierkopf in der Mitte, so Aber ich muss dazu sagen, als ich Ihnen gesagt habe damals Was Sie gewonnen haben, da hatte ich einen Aussetzer Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ihr gewonnen habt Ihr solltet nämlich nur ein Sparschwein mit 8 Mark Fliegt nach Berlin Ja, so sieht man sich wieder Ihr solltet euch zur 200. im Terminkalender nichts vornehmen Ich meine, du bist ja immer noch in Düsseldorf geboren, auch bei der 200. Und insofern ist das ja nach wie vor aktuell Herzlichen Dank, dass du da wart Frank, mach die Blumen So, komm her So Und ich knutsche, okay? Vielen Dank Schöne Grüße zu Hause Dankeschön, schönen Grüß daheim Servus Und red nicht immer so viel Ah ja, da sagt sie Dankeschön Wir haben das erste Gebot für den Jaguar Autobäcker in Düsseldorf Bietet für den Jaguar 45.000 Mark Und weil wir trotzdem Blut spenden sollen Ja, Moment Was heißt wir? Also weil ich Blut spenden soll Wir kommen gleich dazu Will die ganze Mannschaft, 30 Mitarbeiter, auch noch Blut spenden Finden wir sehr anständig Sehr gut Aber Moment, Frank Wie sieht das aus? Ich habe gesagt, ich spende Blut, wenn ich meine Wette verliehe Hast du dir was überlegt? Was machst du? Du, ich habe überlegt Ich mache heute mal genau das, was du machst Frank, äh, Frank, äh, Frank, äh, das Blut Ja, oh, da kommt Schreiner Magers nie mit Ja Also, wir können es ja auch mischen Wir bluten in den gleichen Topf einmal umrühren Ne, das mache ich nicht Bei dir kommt Ketchup raus Achso, doch Bitte dich, Frank Also, auf jeden Fall wird auch Frank Blut spenden Wenn die Wette nie funktioniert Du musst ja wie immer tippen Und ich bin mal gespannt Oder steigst du in meine Wette mit ein? Tippst du auf die Wette oder tippst du auf meine Jaguar-Wette? Ich bin grundsätzlich für die Kandidaten Und ich sage grundsätzlich immer, die Kandidaten schaffen das Dann werde ich das gleich feststellen Weißt du, was für eine Blutgruppe du hast übrigens? Ich glaube, ich bin null Aber du kannst beide Arme nehmen Kann einer rechts zapfen, einer links Also mir ist das egal Wir werden es nachher feststellen Man erfährt das ja, glaube ich, auch So, jetzt komme ich zur Urwette Wenn ich irgendwo gefragt werde In Deutschland oder in Amerika Ähm, was ist das für eine Sendung? Dann sage ich, es gibt eine Wette Das ist die Grundidee aller Kreativität Die es beim Zuschauer gibt Erzählst, das war deine Wette Nein, es ist einfach so Auch wenn ich gefragt werde Da kam ein Schweizer Mit seinen Kollegen vom Bundesheer Damals, glaube ich Und hat gesagt Er stellt einen Lkw auf vier Biergläser Und da habe ich gesagt Der hat sie nicht alle Und dann hat unser Regisseur noch gesagt Das kann doch gar nicht sein Und dann haben wir da nochmal jemanden hingeschickt Und tatsächlich Glas ist ein Mineral Und wenn man das sehr vorsichtig belastet Dann hält das viel aus Aber was es heute aushält Das weiß ich nicht Also diese Wette wurde gespielt Ein Lastwagen auf vier Gläser Es gab übrigens, das sagt die Statistik 80 Folgebriefe Allein aus der Steiermark Wo Österreicher gesagt haben Sie können sogar umgekehrt Und würden vier Gläser auf einen Lastwagen stellen Aber das haben wir dann nie gemacht Aber jetzt ist der Urwetter Der Urwettidee mit dem Lastwagen Hier ist Rudolf Künstler Und sein Team Guten Abend Guten Abend Guten Abend Servus So Also das hier sieht mir nicht nach Originalbesetzung aus Ist da was nachgewachsen? Jawohl, ja Die waren vor 15 Jahren noch klein Noch gar nicht da, ja Aber er hat es ihr erzählt Papa hat das gemacht bei Elstner Und heute macht er es nochmal Auf dem Video gesehen Ja Sind das die gleichen Gläser sozusagen Aus dem gleichen Schweizer Hause? Jawohl Ja Das also sind die berühmten Biergläser Auf denen dieser Lastwagen nachher stehen soll Erschwerend kommt heute hinzu Dass da oben noch ein Golf drauf steht Einfach so als kleine Zugabe Jawohl Dann muss ich ja ein bisschen steigern Richtig Bei der 200. sitzt da noch einer drin Enkelkind wahrscheinlich So Damals hat man das Ganze noch einfach locker und fröhlich Ohne Brille und ohne Helm gemacht Richtig Inzwischen muss man sich schützen Das haben wir ja gelernt Das heißt also die Zeiten sind härter geworden Wir tragen einen Helm und wir tragen Handschuhe Setzt euch das bitte vielleicht gleich auf Damit nachher nichts spritzt Habt ihr jetzt nochmal genauso lange geprobt wie am Anfang Oder habt ihr noch die alte Technik gehabt? Nein, wir haben jetzt hier in Düsseldorf x-mal probiert Wir haben diverse Schwierigkeiten gehabt Und wir hoffen, dass es heute Abend geht Das hoffen wir auch Hier ist das Glas Helm aufsetzen Ich habe auch früher nie gedacht, dass irgendwann mal ein Volkswagen Bon Jovi heißen würde Das ist so ein Golf, wenn man den Kofferraum ausmacht Kommt der Bon Jovi aus dem Kofferraum und da 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 Und Deckel wieder zu Also jetzt bitte in die Startposition gehen Wette ist ganz einfach Jetzt sitzt der Lastwagen noch auf Wagenhebern Die werden nachher entfernt Und der Lastwagen ruht ganz allein auf den Gläsern Ich bringe mich in Sicherheit Denn wenn es spritzt, dann spritzt es richtig Dann fliegen die Scherben hier Deswegen natürlich auch die Helme Und wenn ihr so weit seid Und in Position Dann gebt ihm bitte das Startzeichen Aber Frank, in diesem Fall sagst du noch einmal Top, die Wette gilt bitte Das ist einfach O-Ton Ja, das sage ich gerne O-Ton Seid ihr bereit, ihr Schwitzer? Okay Alles okay? Gut, dann vorne mal Achtung Top Die Wette gilt Gut, dann vorne mal antypen Riecht Ich sage dir, wenn es gut ist Gut Also, von hinten Kurze, schneller Kurze, schneller Kurze, schneller Schneller Nicht so schnell, beide Schön langsam Langsam Aufhören Gut, vorne beide Miteinander Aufmachen Gehen wir mal hoch Wenn es gelassen wird Super 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 Jetzt Joli, schneller Joli, schneller Gut So, Silo Anitta, schneller! Anitta, schneller! Nicht so schnell, Joli. Nicht so schnell, Joli. Anitta, beide gleich. Ja, hinterher. Sie sind ... Sie sind hinterher, beide. Ja, schön langsam, Silo. Kommt immer noch. So runter, schön. Gut vorne auch. Kommt immer noch. Schön langsam. Joli, ein bisschen schneller. Joli, ein bisschen schneller. Kommt immer noch. Schuhe runterlassen. Kommt er noch. Ja, nur langsam. Schön langsam. Hinten kommt er auch. Kommt immer noch. Schuhe runter. Wisch. Kommt immer noch. Kommt immer noch. Joli, runter. Kommt er noch. Wie sieht es aus? Kommt er noch. Hinten kommt er noch. Hast du ihn offen? Ja, Anitta. Gut, Joli. Kommt er noch. Also, dann machen wir eine halbe Dreieck auf. Kommt er nicht mehr. Gut, vorne. Ist er offen. Höhe. Hä? Hinten immer. Gut. Hinten gut? Also, komm herr, Mann. Hinten. Komm herr. Ja, das ist gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, es ist nicht so schlimm wie mit dem Scharfalken. Immer noch aufregend. Wir müssen das natürlich wieder runterkriegen, weil so kann der nicht losfahren. Ihr könnt ja einfach damit jetzt davonfahren. Könnten wir auch, aber er macht das anders. Gut. Marco steigt ein. Wir zeigen jetzt erstmal noch in der... Wenn das jetzt runterfährt, wie das aussieht. Das heißt, wenn er jetzt reinsteigt und den Lenker nach rechts dreht, dann krachen die. Ach was, so schnell, ja? Er geht da weg, so das größte Splitter wohlmöglich ab. Okay, um einen linken. Komm, ich schütze dich mal. Nein, 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 also... Also mein Sieg, es stand wirklich auf... Dankeschön. Und das, guck mal hier, das ist noch mal eine Wiederholung. Dankeschön. Frank, toll, dass ihr das gemacht habt. Vielen Dank. Noch ein Erinnerungsfoto. Dankeschön. Das war deine Wette. Und jetzt kommt meine Musik. Wir sehen uns ja nachher hoffentlich wieder, wenn es darum geht, wer steigt aufs Treppchen des Wettkönigs. Die Musik hat heute natürlich auch damit zu tun, dass wir die Eichen vorstellen. Das sind nicht die Bands, die heute kommen und morgen gehen, sondern das sind die, die durchgehalten haben. Er war früher mal sehr viel breiter, aber ist immer noch einer der ganz Großen in der Musik und hat einen ganz speziellen Stil, der auch für große Ereignisse passt. Meat Loaf. Not a dry eye in the house. grewgirl. Not a dry eye in the house. Patriotling.なその who die E Liberty Bowlataulasse. Spiegel. Auf Wiedersehen. quien lies. вы Basaulasse. Vielen Dank. 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 Es geht los. Schön, dass du da warst. Hundertste Wetten, dass. Schreib die zwei Hundertste in your calendar. Second hundred, write it in your calendar. You'll be back. You got it. Thank you. Meatloaf. Thank you. Not Ryan, I'll ask. Thank you. Thank you. Thank you. Es gibt ein neues Gebot, ein neues Gebot für den Jaguar von Heinz Rühmann. Lieber Thomas, mein Name ist Theo Liefen, ich bin der Vorstand von Wobis, das ist so ein Computerladen, glaube ich. Mir imponiert der Einsatz von Karl-Heinz Böhm und ich möchte deshalb zu seinen Gunsten den Rühmann Jaguar für unsere Kunden ersteigern. Wer den Wagen mit seinen eigenen Augen sehen will, wird demnächst in den Wobis Superstores dazu Gelegenheit haben. Ich will euch aber nicht daran hindern, als Blutspender dem Rest der Nation ein gutes Beispiel zu geben und biete deshalb 49.999 Mark, auch auf die Gefahr hin, dass mir der Jaguar dann durch die Lappen geht. Theo Liefen, die Gefahr ist groß, Sie können weiterspenden. Wir liegen bei 49.999, retten Sie mich vom Blutspenden und geben Sie mehr. Wir haben bis zum Ende der Sendung Zeit dazu. So, das ganze Wetten, das ist ja von Frank Elstners Grundidee mal abgesehen zum Staffellauf geworden. Er hat sein Stückchen getragen, ich habe sein Stückchen getragen und dann hat sein anderer ein Stückchen getragen. Ich freue mich, dass er heute auch hier ist, Wolfgang Lippert. Guten Abend, da sind Sie wieder. Ja, ich habe einen neuen Mantel noch gefunden. Das ist meiner. Nein, das ist ja nicht wahr. Das ist mein Mantel, wo haben Sie den her? Na, der lag an der Garderobe. Also, was bieten Sie mir, wenn ich Ihnen den gebe? Hey, hey, hey. Na? Ach, Sie meinen, wenn wir schon am Steigern sind? Ja, natürlich. Den habe ich irgendwo geschnort, der hat nichts gekostet. Na, der ist sehr schön. Schwarz, Wildleder. Ja, ja, wie ich halte... Also, alles Gute, wie viel bieten Sie? 1.000? Nicht bei mir. Oh, weh. Für Karl-Heinz Böhm 5.000, aber jetzt Schluss. Nein, es ist mir zu wenig, ich komme wieder. Auf Wiedersehen. Sehr, sehr streng heute Abend. Inge Meisel, Dankeschön. Und hier ist er, Wolfgang Lippert. Hey! Hallo. Hallo. Servus, grüß dich. Guten Tag. Guten Abend. Vielen Dank. Ich wollte mal sehen, ob ich es noch kann. Wir wollten eigentlich drei Teppen mehr einbauen, nur zum Flachs, aber... Geht gut. Du hast doch noch hier 5 Meter Luft gehabt. Geht gut. Schön, dass du da bist. Ja. Kennst du den noch? Ich kann mich erinnern. Hallo, Frank. Na? Geht gut, Wolfgang. Wunderbar. Richtig. Wir sind im gleichen Auto hierher gefahren. Der hat uns ewig nicht gesehen. Fast eine Viertelstunde. So, endlich. Guck mal, das ist... Und schon sind 8 Fotografen da. Ja. Das gibt es nur einmal. Sollten wir ja auch versteigern, das Foto. Ist schön. Wolfgang, also... Zwischen euch zu sitzen. Ich habe gerade gesagt, Staffel auf. Er ein langes Stück, ich ein langes Stück. Du ein Stückchen, ich dann wieder. Du hast zwischendurch mal, sagen wir, Baby gesittet. War es eine tolle Zeit? Ja, war eine tolle Zeit. Es waren insgesamt 8 Sendungen, wenn ich mich richtig erinnere. Und von 108 Prozent sind bei einer Bank, glaube ich, ein ganz guter Kurs. Da wäre die FDP heute froh. Ja, ich denke schon. Es gab natürlich auch in deiner Wetten-das-Geschichte ein paar Auftritte. Also einer, der mich sehr beeindruckt hat. Ich glaube, das hat dir auch ein bisschen Wärme ums Herz gegeben. Deswegen spielen wir es noch einmal. Du und das blinde Mädchen, das Münzen erkennen konnte. Hier die Erinnerung. Diese Zugabe bitte für mich. Mit Vergnügen. Ja, fantastisch war das. Die war so beeindruckend, die Annette. Ich habe später nochmal in einer anderen Sendung mit ihr zu tun gehabt, habe sie eingeladen. Und es war wieder so kurios. Als wir uns kennenlernten, kurz vor der Sendung, habe ich sie unter den Arm geklemmt. Und habe gesagt, ich werde dir jetzt mal den Saal zeigen, die Halle zeigen. Und war mit ihr in den Sitzen und habe gesagt, die sind hier sehr hart. Sei froh, dass wir hier vorne auf dem Sofa sitzen. Und zum Schluss habe ich ihr gesagt, schade ist eigentlich, dass du es nicht sehen kannst. Aber ich bin ein verdammt hübscher Wengel. Ich wollte es mal gesagt haben. Ja, das ist das. Das hätte sie also auch fühlen können. Ich meine, wobei ich in alle stolz darauf hinweisen darf, dass ich der einzige Wetten-das-Moderator ohne Brille bin. Also noch, ich meine. Willst du mal testen, wie es aussieht? Es geht nicht. Machen wir mal einen Test. Ich brauche es auch bald. Ja. Oh, na so. Sehr gut. Sehr gut. Sieht sehr gut aus. Gut aus. Ja. Und kein Pfennig drauf gezahlt. Und nichts dazu bezahlt. Ja. Ja. Wart mal ab, bis ich dir die Rechnung schicke. Aber einmal war ich schwer eifersüchtig auf dich. Da hat aber ein Mädel dich so angebaggert. Er ist anschließend acht Wochen vom Geheimdienst verfolgt worden, weil der Mann Angst gehabt hat. Hier sind die Beweise. Es gab es auf Band. Es ist in unserer Sendung eine alte Tradition, und zwar genau lang eine Sendung, dass alle prominenten Gäste, die in der Show sind, Wettkandidaten sind oder Wettpaten sind, dass die in der Sendung sofort irgendwas machen. Was machen sie jetzt? Ich sage, Sie sind ein toller Mann. Und dann schenke ich dir das. Schau mal, als eine Erinnerung. Musik kannst du auch schon hören. Und das auch noch dazu. Das ist das Gleiche. Und alle aus deiner Klasse, das haben die nämlich versprochen, die kriegen das Gleiche. Ich habe keinen CD-Player. Profus 14 aus Berlin-Marzahn. Typischer Berliner. Aber sag mal, was hast du als Sie sind ein toller Mann. Das Kanzlersgattin sagt dir vor den Augen der Nation, Sie sind ein toller Mann. Ja, das Gespräch ging noch weiter. Ich habe sie gefragt, ob sie nicht Angst hat, dass in Oggersheim der Fernseher an ist. Und da hat sie gesagt, ja, mein Mann, der mag Sie ja auch sehr. Hallo. Und da hatte ich Schwein gehabt, ja. Hallo. Wir waren um 5 Uhr zum Tee verabredet. Und da hat sich wohl diese Zuneigung geprägt. Lebermann, wir laden eins im politischen Dreier. Das ist ja. Ich nehme dich beim nächsten Mal mit, wenn du willst. Na ja, na ja, dann aber Revival. Was hast du den Kanzler schon mal kennengelernt? Ich habe ihn auch kennengelernt, ja. Ich werde ihn hoffentlich bald kennen. Das letzte Mal hat er sehr mit mir geschimpft. Warum? Da war ein Interview und er musste etwas warten. Und das macht er natürlich nicht gerne. Da guckte er mich ganz böse an. Ich wurde immer kleiner und kleiner und kleiner. Ich dachte, so wird man Norbert Blüm. Der ist ja auch nicht ganz böse. Wir werden seiner Frau heute wieder einen großen Gefallen tun. Wir wissen, dass sie sich ja sehr engagiert für ZNS. Und es ist eine Tradition, dass Wetten, dass seine Jubiläumsplatten dieser Stiftung zuführt. Hier gibt es die CD zur 100. Und internationalen Stars auf zwei CDs. Wetten, dass auch sie ihre Lieblingssongs und Interpreten in dieser großen Auswahl finden. Wetten, dass die Jubiläumsausgabe jetzt im Musikfachhandel. Für 2 Mark Spendenanteil für das Kuratorium ZNS Hannelore Kohl. So, also die gibt es tatsächlich. Schönes Geschenk. Ich bin vorne drauf, aber ich singe nicht mit. Ich wollte immer mal auf eine... Warum nicht? Ja, weil da hätte das Ding keinen Mensch interessiert. Aber ich wollte immer mal auf einer Platte vorne drauf sein. Aber es ist so, hier ist auch noch, guck mal, fotomäßig lässt es dann etwas nach. Dann kommt auf der Seite 2 der Intendant hier. So, siehst du? Der ist auch Brillenträger. Ja, ja. Komm, ihr kriegt jeder eine. Intelligente Leute. Aber es sind starke Sachen drauf und schöne musikalische Erinnerungen an Wetten, dass... Jetzt hast du dich nach innen gemacht. Ja, so bin ich einfach. Komm, ich richte es wieder. Gut. Lippi, rette mich. Ich bin so aufgeregt. Frank, komm, auch eine... Ich habe keinen CD-Player. Ja, gibt es auch als Kassette. Also, bau ein. Ist auch hier optisch der schöne Innenbau. Ja, da ist sie, so sieht sie aus. Also als CD. Sollen wir aber nicht mit dem Fettfinger draufgehen. So, jetzt, pass auf, jetzt spielen wir Jungs. Ich halte die so, ja? Ich mache euch... Nein, jetzt ist wieder Schluss. Die Leute haben es, glaube ich, gesehen. Gute Sache, Frank, gell? Gutes Bild von dir. Ja, ja, das habe ich auch lange gesucht. Ja, pass auf. Jetzt spielen wir. Wir stellen die nächste Wette vor. Und zwar geht es da um eine ganz tolle Geschichte. So, weißt du, was Cheerleaders sind? Klar, die mit den Puscheln an der Hände. Richtig. Komm, also, warte, wir... Frank, du spielst den kennen, wir spielen die Cheerleaders. Okay. Also, ich lege mich da unten runter. Cheerleaders, das ist ein Job. Also, wenn die eine Minute stillstehen, fliegen sie schon raus. Die müssen sich... Die müssen also entweder mit den Händen oder mit dem Kopf wippen. Oder mit dem Fuß so. Oder mit dem Fuß. So, pass auf. Also, genau. Wir wippen so hier rüber. Die sind dauernd am Machen. Ja, klar. Und wackeln mit den Haaren. Richtig. Jetzt kommen zwei starke Jungs. Frank, das bist du. Was, das bist du. Das bist du sein. Wir lassen wackeln in die Mitte. Komm mal her. So, also, diese beiden Jungs liegen unter einer Brücke und halten die Brücke mit der Kraft ihrer Hände hoch. So, nach oben. Ja, klar. So. Und jetzt, man weiß ja, das ist sozusagen beim Gleichschritt ein Problem ist, eine Brücke gerät in Schwingung. Ja. Wenn mehrere Menschen drüber laufen, deswegen sind da schon Brücken eingekracht. So, warte mal. Und jetzt also, Frank ist... Meiner ist zu blöd. Ah. So, nein, 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 wir müssen ja von einer Seite marschieren. Ach so. So, also, Frage. Jawohl. So, gut. Also, die Buben liegen da, halten das Ding nach oben. Wollen wir Hand in Hand? Genau. Jetzt kommen die, nein, die kommen nachher an den Cheerleaders. Also, bis auf. So, jetzt die marschieren drüber. Die halten die Brücke hoch und es sind nicht nur zwei, es sind 100 Cheerleaders. Also, es sind zweimal 25, die zweimal drüber laufen. Das sind insgesamt 100 Mädel und wie viele Beine? Zweimal 25. Frank, hilf uns mal. 200 Beine. Also, 200 Beine marschieren über eine Brücke. Wir zeigen Ihnen erst die Damen, dann die Brücke und dann die starken Männer. Hier sind die Cheerleaders von Düsseldorf. Rhymefire. Hast du dich zusammengestellt? Der Stadt nimmt es ab. Oh, 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 Rhymefire, du kannst du nahe, 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 nahe. Rhymefire. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ein schönes Eimerchen, aber dann müsst ihr es schaffen. Also strengt euch an, geht in die Position. Das ist eine Herausforderung. Ich habe es euch ein bisschen angenehmer gemacht, aber ich glaube, alles in allem eine harte Geschichte. Boah, mein Lieber, das ist schon ohne Mädels ganz schön schwer. Und ihr geht nicht zu zügig, also die sollen was davon haben, die Jungs. So, legt euch also bitte in Position. Die Damen marschieren nach dem Takt. Also es ist nicht nur das Gewicht der Mädels, das zählt, sondern einfach auch dieser rhythmische Schritt, dass das Ding anfängt zu vibrieren. Also bringt es in, ja, nachziehen noch ein bisschen hier. Die Hände gewickelt. So, und sagt, wenn ihr soweit seid. Ja, okay. Okay, gut. Die Damen, Abmarsch gleich. Ich sage, top. Die Wette gilt. Und los. Alles spielt Spaß. Die Wette geht. Wow. Ja. 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 Die Wette ist ein paar. Die Wette geht. Ja. Dann hat's geht das. So, und jetzt beginnt der zweite Durchmarsch. Das geht auf die Knochen. Durchhalten. 15, noch 25, 24, 23, 22, 21, noch 20, 12, 18, halbwegs 17, 16, 15, 14, 13, halbwegs 5, noch 10, 9, 8, halbwegs 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yes! Super! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Jawohl! Ja, Freunde! Wahnsinn, ne? Aber du siehst, es lohnt sich doch! Workout kann so schön sein, kann so! Meine Herren, eine starke Leistung im wahrsten Sinne des Wortes! Dankeschön! Wir sehen uns am Ende der Sendung wieder! Ja, freilich grüßt deine Tochter! Das ist meine Laura, die möchte ich hier ganz besonders grüßen! Pass auf dich auf, Böckchen! Wie alt ist Laura? Sieben Jahre! Sieben Jahre! Beim nächsten Mal, im zweihundertsten, marschiert sie mit hier drüber! Dankeschön! Macht's gut, ihr beiden! Servus! Grüße für Laura! So, jetzt! Es ist ja, es ist kein Gerede, aber das habt ihr alle gespürt. Bei dieser Sendung ist natürlich ein ganzes Team dabei, diese Show auf die Beine zu bringen. Und wir haben, wie gesagt, das immer nur ein Stückchen weit gemacht. Einer hat alle hundert Sendungen durchgestanden. Er würde am liebsten natürlich nicht in Erscheinung treten. Es ist der Regisseur dieser Sendung. Wir haben eine Kamera vor seine Kiste. In hundert Sendungen sitzt er da hinten. Guck mal, das ist Sascha Arndt. Sascha, hallo! Guten Abend! Hey! Das wissen wir, und wir sind sicher, dass du diese Flasche edlen Wein ist. Guck mal, ein Chateau-Mouton-Rutschild. Mh, da ist ja noch Staub dran! Ja, den kannst du mit allen anderen hundert Teilen, die mitgearbeitet haben. Also gut, einmal riechen, du darfst es trinken. Sascha, schönen Dank von uns dreien an dich. Danke! Ohne dich hätten wir nie so gut ausgesehen. So, jetzt ist Unruhe in deutschen Wohnzimmern. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich habe viel erlebt, was Star-Rummel betrifft, muss ich sagen. Ich habe viele Shows gemacht und da habe viele Stars erlebt. Aber was ich heute und gestern vor dem Hotel erlebt habe, das hat es bisher nicht gegeben. Also, das hat es bei keinem anderen Star gegeben. Heute Nachmittag standen 2000 Mädchen vor dem Hotel mit Schildern. Da stand drauf, take that! Ja, ja. Ein Junge stand davor mit einem Schild, take me! Aber hier sind sie. Ich sage ihnen nachher noch mehr dazu, was für eine Besonderheit dieser Auftritt hat. Aber bevor die Mädels durchdrehen, hier sind sie. Take that! How deep is your love? . Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. How deep is your love? Hi. Good to see you. Hello. Oh, hello. So. Okay. You know, we're going to come a second time sing a second song. Right. So. So. We're going to have you. We're going to have you. We're going to have you. Yeah. So. 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 Joe. So. 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 Here. Achso. Du ein... Ansaugen. Ja, ansaugen, ja. Und dann... Einen Moment. Achso. Nimmst der. Gleich, Moment. Ja, ich... Ja. Ich will auch mal. Ein Moment, ein Moment. Komm, komm, komm. Die war nass von dir schon. Die war nass. Weitergeben, komm. Frank, 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 komm. Loslassen. Warte, noch mal, noch mal. Jetzt saugt er an. Ich saug jetzt an. Bis zum Frank muss weitergehen. Bis zum Frank muss gehen. Ja, ja, ja. Achso. Das sind die Italiener. Also, ich hoffe, dass da ein paar Ideen bei uns überspringen. Ja, ja, ja. Super. Noch einmal, noch einmal. Also, komm, jetzt. Wir haben es. Wir haben es verstanden. Das also spielen die Italiener in Wetten, dass. Und du bist die einzige Moderatorin oder macht ihr das zu zweit? No, no, no. Wir sind zwei Präsentatoren. Fabrizio Fritzi, meine Kollegin, er ist schwarz. Er hat einen südlichen Charme. Südlichen, südlichen Charme. Fabrizio Fritzi. So wie Roberto, also. Wie Roberto. Das ist, er hat bei uns den südlichen Charme. Ja. Aber du hast einen sehr großen Charme auch. Du hast diesen blonde, blonde, deutsche Charme. Ja. Teutonic Charme. Ja, ja, ja. Gut. Das ist Naturlocken. Aber, bitte, dich. So. No, no. Ja, man weiß es ja nicht. Jetzt kommen wir zu unserer Wette. Ja. Es geht um eine wahnsinnig große Zahl. Ich meine, sowas habt ihr in Italien auf der Speisekarte stehen, aber bei uns sind die Zahlen noch nicht so groß wie bei euch. Eine Zahl mit 600 Stellen. Vor einer Stunde hat ein Schweizer versucht, sich diese Zahl einzuprägen. Er behauptet jetzt, dass er sie während dieser Stunde so gelernt hat, dass ich jede beliebige Stelle abfragen kann. Glaubst du, dass er das schafft? Das ist unmöglich, weil so viele, so viele Ziffer. Weisst du, manchmal kann ich meine Telefonnummer erinnern. Ich weisse noch. Das ist so schwierig. Thomas. Si. Si. Millie. Kefichi. Kefichi, Thomas. Was sagst du? Nein, ich hoffe. Ich glaube, dass ich das für mich machen kann, aber ich fürchte, es ist zu schwierig. So, aus, aus, ich hoffe, aber aus, aber glaube, ich sage nein. Nein, du sagst nein. Nein, nein. Millie, was machst du? Aber ich hoffe, ich... Du wünschst es ihm, du drückst ihm die Daumen, aber du glaubst es nicht. Wir drei Herren spenden Blut, was spendest du? Millie vielleicht noch? Also, Millie? Nein. Was? Der typische deutsche Mann. Na klar, freilich, wir bluten auch für Frauen, Millie, das ist der deutsche Mann. Der Witz, der Spaß du machst. Ja, Wolfgang, du hast Hannelore gekocht, du hast Hannelore. Ja, so, nur bleib auch, nur bleib ihr treu. Ich bleib jetzt bei Hannelore. Also, was machst du, wenn du die Wette verlierst? Ähm, ich kann, wenn ich die Wette verliere, es ist ein Preis, es ist nicht eine Strafe. Ich, ähm, ich lehre dich Rollschuhe laufen. Du kannst Rollschuhe laufen? Ich war eine Rollschuhe-Läuferin. Und kannst du? In dem Kleid? Nein, nein, mit einem anderen Kleid. Gut. Umziehen allein ist mir das wert. Und du fährst ein bisschen Rollschuhe für uns? Ja, ja. Gut. Wunderbar. Das ist toll. Millie fährt Rollschuhe, wenn sie ihre Wette verliert. Hans Berchtold wird natürlich versuchen, das zu verhindern. Hier ist er mit seiner Riesenzahl. 600 Stellen hat er sich in einer Stunde gemerkt. Hoffentlich. Hier ist er, Hans Berchtold aus der Schweiz. Hans, schau dir Millie nicht an, sonst vergisst du die Zahl. Ich will dich auch gar nicht groß ablenken, kein dummes Zeug erzählen. Wir haben alle begriffen, worum es geht. Hans, wir machen die Brille um. Das ist der entscheidende Faktor hier und ich lege heute besonderen Wert darauf. In meiner Hundertst möchte ich nicht reingelegt werden, aber diese Brille sitzt bombensicher. Er kann nichts sehen. Er reagiert nicht mehr, auch auf die Entblößernummer nicht. Also, er hat, also diese Brille saugt so fest an, wir zeigen das auch bitte mal in ganz groß. Da ist also kein Weg und die Schweizer mogeln ohnehin nicht. So, Hans. 600 Ziffern müssten jetzt in deinem Kopf, wie auch immer, mit Bildern oder ohne Bilder vorhanden sein. Wir machen jetzt die Probe. Millie hofft, dass du schaffst, glaubt es nicht ganz. Wir werden jetzt die Probe aufs Exempel machen, ich sage, top, die Wette gilt. So. Ich bitte jetzt erst, einfach damit auch niemand glaubt, ich arbeite mindestens aus dem Publikum, mir eine Zahl zwischen 1 und 600 zuzurufen. Sie bitte im roten Kleid. Ja. Fünf. Die fünfte Stelle bitte. Fünf. So weit vorne. Ja. Hm. Fünf. Die fünfte Stelle sagen Sie ist fünf und das ist wichtig. So. Jetzt bitte von dieser Seite vielleicht ein Zuruf, vielleicht eine ganz hohe Stelle. Entschuldigung, da oben. Was? 233. Die 233. Die 233. Die 233. Das ist richtig. Wichtig! Jetzt bitte zehn Ziffern am Stück von einer bestimmten Stelle an, wenn, freundlicherweise du mit dem blauen Hemd und der Krawatte, eine Zahl mit der Lenz zwischen 1 und 50. Gut, von der 50. Stelle aufwärts bitte zehn Ziffern. Aha, alles weit vorne. Okay. Zwei, zwei. Richtig. Fünf, null, drei. Richtig. Fünf, sechs, sieben. Richtig. Zwei, drei. Richtig! Es sind... Nein, kann ich machen. Nein, richtig. So. Wenn du mir bitte in dem karierten Hemd da... Jawohl. Oder... Ja, du mit dem Mittelscheitel. Siehst du? Ja, genau. Er sagt jetzt zehn Zahlen rückwärts von einer beliebigen Stelle an. Nenn mir eine Stelle zwischen 1 und 600. 434. Die 434. Die 434. Stelle. Von der bitte zehn Zahlen rückwärts. Die 434. Die 434. Stelle. Neun. Neun. Äh... Ja, richtig. Ja, neun. Doch, die 434. Neun. Und jetzt rückwärts bitte. Sieben. Richtig. Dann... Sieben, sechs, fünf. Richtig. Dann... Sechs, neun, eins. Richtig. Dann... Acht, vier, vier. Ja. Oh, stimmt's, nicht? Aber das sind schon zehn. Ehrlich, ja? Ach so. Ich habe mir mitgezählt, richtig. Also ich verbirge mich dafür, dass er nichts durch die Brille sieht, aber nur für die ganz Ungläubigen mein Kärtchen hier davor geschoben. So, jetzt das Meisterstück. Er wird von einer beliebigen Stelle 100 Zahlen aufwärts am Stück sagen. Also bitte eine Stelle, wo noch 100 dahinter passen. 482 habe ich gehört, richtig? Gut, von 482 bitte 100 am Stück. Von 482... 482. Die 482. Stelle 100 nach oben zählen. Also die 482. das ist... Das ist... Oh. Oh. 1, 4. Ja. 4, 2, 8. Ja. Ja. 6, 6, 6, 3. Ja. 7, 6, 2. Nein. Oh. 7, 6. Nein, nein, nein. Null. Ja. Ah, null. 7, 6, 0. 5, 0, 4. Ja. 9, 6, 2. Ja. 1, 9, 5. Ja. 7, 7, 3. Ja. 2, 4, 1. 7, 6, 8. Ja. 7, 4, 6. Ja. 9, 0, 1. Ja. 0, 0, 3. Ja. 4, 3. Nein, 3. 4, 3. Richtig. 6. Ja. Ah, 8, 5, 0, 9, 0, 8. Ja. 1, 2, 3. Ja. Und 8, 1, 4. Ja. 5, 7, 0, 5, 1, 9. Ja. 7, 0, 8, 6. Ja. 0, 8, 6. Nein. Oh. 0. 0, nein, 0, 0. 0. Nein, nein, nein. 5, 6. Ja. Ah. 0, 5, 6. Und jetzt kommt... 2, 2, 7, 1. Ja. 2, 2, 0. Ja. Ja. Und jetzt 2, 0, 6. Ja. 6, 4, 1. Ja. Jetzt weiß ich dann nicht, wann 100 sind. Das musst du nicht sagen. Ich habe auch vergessen, mir zu 10. Es ist noch nicht so weit. Es ist noch nicht so weit. 5, 81. Es ist noch nicht so weit. Es ist noch nicht so weit. 20 Dinger noch. Also. Okay. Wo war ich? 6, 4, 1. 6, 4, 1. Ja. Jetzt kommt 5, 5, 8. Ja. 7, 5, 6. Ja. Dann kommt 1. 1, 9. Nein, nein, nein. Nein, nicht. Oh nein, halt. Ich bin... Es kommt noch etwas vorher. Ja. Ja, es kommt noch... 7, 1, 0. Ja. 0, 2, 8. Ja. Dann kommt... Ja. 1, 1, 9. 5, 0, 2. Ja. Und dann kommt... Falls... Ja, braucht es noch. Ja. 4, 7, 6. Ja. Und 6, 1, 0. Yes. Jawohl. Also. Es wird... Es wird ein ewiges Faszinosum hier mit bleiben. Du kannst mir immer wieder erklären, dass du Bilder siehst auf Nashörner. Ja, also... Er kann was, was keiner von uns kann. Der neue Finanzminister für Italien. Es ist unmöglich. Unmöglich, ja? Unmöglich, ja. Ja. Es ist... Offensichtlich ist es nicht unmöglich. Ich verneige mich tief vor dir. Ich weiß nicht wie, aber ich weiß nur, er kann es wirklich. Herzlichen Dank. Hans, wir sehen uns nachher wieder, wenn es um den Wettkönig geht. Aus der Schweiz, Herr Steichdorf. Danke. Wir sind dabei, unsere 250.000 Anrufe für Take That einzusammeln. Hier zur Sicherheit die Telefonnummer noch einmal. 0049 137 0010. So, und wenn wir es schaffen, dann sing Take That ein zweites Mal. Und wir haben eine weitere Summe für Karl-Heinz Böhm. Millie, also es wird aufs Rollstuhlfahren hinauslaufen. Ja? Du auch. Ja, Moment, ich habe ja nichts... Ja, zusammen, zusammen. Ich lehre dich. Rollstuhlaufen. Oh, mir ist es egal. Also gut. Es ist keine Strafe für dich. Millie, ich kann... Ja, meine schönen Schuhe. Ja, gut. Okay, ich mache mit. Die 100.000, keiner sagt nein. Ich zeige Ihnen jetzt noch einmal, was für schöne Autos auf Sie warten, wenn Sie Glück haben bei unserer Mercedes-Verlosung. Hier sind die Fahrzeuge, die Sie gewinnen können, wenn Sie mitgespielt haben. Hier, diesen wunderbaren SLK, das 4E-Cabrio, die Limousine der V-Klasse, Großraumlimousine, das E-Klassen-Kombifahrzeug oder den C-Klasse-Kombi. Am Ende der Sendung gehören diese Autos, fünf Zuschauern, die jetzt noch nichts davon wissen, wenn Sie mitgespielt haben bei unserem Wetten, dass Wettspiel. Jetzt eine Gruppe, die ebenso zum deutschen Urbestand gehört wie Wetten, dass. Das sind nicht ein oder zwei Hits gewesen, das war eine ganze Latte. Und Sie sind die einzige Gruppe eigentlich, die uns international in den Charts immer wieder vertreten, auch in Amerika, auch in England. Und hier sind die Skorpions, Sie und ich. Ich verkehren, Sie, ich verkehren, Sie, ich verkehren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 «DF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 untertitelung des ZDF für funk, 2018 monte Mit Nebel wird das auch mal gefährlich hier . Ah ihr könntией wer nicht auf Nhühe Oh, la bomba! Was ist das? Mein Partner! Die Rohrschulmeister, Thomas Rochal! Ja, ja, ja! Wir machen einen! Wir fahren ihn! Sehr gerade! Ja? Ja, wohin? Ja! Links und rechts! Links und rechts! Ops! Ich kann nicht bremsen! Ja? Du bist perfekt! Oh! Oh! Ich mache eine kleine Figur! Ein Engel! Nein! Ein Engel! Ein Engel! Ein Engel! Oh! 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 Komm, einmal schon eine runde Solo! Ja? Eine Solo-Nummer, ich fahr auf den Runden! Dankeschön. Also, Millika Rutschi, Weltmeisterin. Mettaus, Meisterin. Junge, Junge, Junge. So. So, jetzt ein Kollege, der aus einer ganz anderen Wetten-dass-Ecke kommt, aber vorher gucke ich mal, Frank, komm, dir glaubt das die Nation. Es ist ein neues Fakster für das Auto von Heinz Rühmann. Angebot, Auto von Heinz Rühmann, sehr geehrte Damen und Herren, ich biete für den Jaguar von Heinz Rühmann 100.000 D-Mark. In Worten, 100.000 D-Mark. 100.000. Und zwar ist das ein Herr Weber aus der Frankfurter Straße in Michelstadt von Sport Weber. Dankeschön. Gut, aber Wolfgang legt nach. Geburt für den Jaguar, wir bieten absolut seriös, zuverlässig und überprüfbar Bankauskunft an bei 111.111 Mark und 11 Pfennige. In Worten, 111.111 Mark und 11 Pfennige. Mit freundlichen Grüßen, Klaus Otte, Geschäftsführer. Boah, 111.000 Mark für den Jaguar von Heinz Rühmann. 111. Das muss nicht das letzte Wort sein. Sie haben die Chance, weiterzubieten. Es wäre natürlich schön, wenn es noch mehr würde. Jetzt langsam wäre ich heiß auf die Kohle. Sie wissen, das geht alles an Karl-Heinz Böhm. Und das ist alles für die Aktion Menschen für Menschen. So, jetzt der Kollege, der Wetten, dass mit großem Erfolg in einem Nachbarland bei uns präsentiert. Hier ist aus Holland Rauf Wotersch. Guten Abend, grüß dich, herzlich willkommen in der deutschen Ausgabe von Wetten, dass meine Kollegen, Wolfgang Lippert, Frank Hessner. Bitte schön, nehmen Platz. Danke, Thomas. So, herrlich, um hier zu sein. Und zuerst muss ich mal sagen, dass mein Deutsch ist nicht so gut, wie der Rudi spricht oder die Linda. Aber ich verstehe es. Guckst du ab und zu deutsches Fernsehen? Hast du die deutsche Wetten, dass schon mal gesehen, was wir so treiben? Ja, ich glaube, viele Holländer haben die deutsche Wetten, dass immer angesehen. Nun, Holland ist ja für uns so ein Land, wo es heißt, also die sind immer ein bisschen extremer als wir. Ich stelle mir da vor, du hast lauter so Wetten, so 50 Hanfanbauern Wetten, dass sie 87 schwulen Pärchen jetzt in irgendeiner Form einen solchen Joint drehen. Oder habt ihr ganz normale Wetten? Wir haben auch ganz normale Wetten. Ich muss mal sagen, das ist eine sehr originale Idee. Wir brauchen das, ja. Nein, wir haben auch ganz normale Wetten. Normale Wetten? Wir haben viele Wetten, die auch hier in Deutschland zu sehen waren. Ja, also kriegt ihr ab und zu auch so Leihstimmen von uns. Ja, richtig, ja. Eine Wette, auf die ist auch noch kein Deutscher gekommen. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie bei dir war, Frank, oder bei dir. Also, ich weiß, in unserem Giftkatalog, wir haben so einen, da hat einer mal gewettet, er könnte höher pinkeln, als der Weltrekord im Hochsprung ist. Wie hoch ist der? Weiß ich nicht. Wir haben das nie getan, aber die Holländer... Über 2,40 Meter. Über 2,40 Meter, ja. Ihr habt eine ähnlich sympathische Wette gehabt, da ging es um... Ja, das war ein bisschen eine komische Wette. Ich weiß nicht genau, wie ich das muss sagen, aber es war eine Frau, die arbeitet in einem Zoo, mit Tieren, und sie konnte an die Tieren anerkennen, an der Duft. An der Duft? Von, von, was Sie wissen... Ich weiß nichts. Genau, auf Hollandse heißt es zu kakken. Also, die konnte Tiercode liegen. Hier ist der Beweis. Raad ik 4, als ich für ieder 20 seconden die Zeit kann. 20 seconden, ben ich hieruit. Ja. Aziatisch gedeelte. 5 seconden. Eh, oder eben. 1 seconde. Und ich muss ihn durchdrehen. Das ist der Flamingo. Der Flamingo. Woher herken je das an? Ja, es ist ein bisschen wehengelucht. Wehengelucht. Was auch bei mir auch als Zodaner durchgekommen. Flamingo. Flamingo. Das ist gut. Aber ich stehe daneben. Du stehe. Ja. Also, wenn das, Moderatoren dürfen nicht schmerzempfindlich sein, nicht beruchsempfindlich. Aber er geht einen Schritt weiter als wir, das muss ich sagen. Da sind wir immer ein bisschen neidisch, weil am Ende, da haut er richtig auf dieselbe. Er hat nämlich immer so einen Stunt. Und dann fragst du deine Zuschauer, mache ich es oder mache ich es nicht? Richtig, ja. Und meistens machst du es. Ich mache es immer, aber es klappt nicht immer. Ich bin kein Stuntman, aber ich habe versucht, jedermal, um etwas, eine Saalwette zu machen, die ziemlich gefährlich waren. Ja. In diesem Fall war es wirklich gefährlich. Ich habe mir das angeguckt. Also, ich weiß nicht, ob wir das gemacht hätten. Er legt sie auf ein Auto. Also, da haben wir noch mitgezogen, ne? Darauf legen, ja. Ja, aber so. Aber jetzt. Ich glaube, es ist aber reich. So. Und jetzt geht der Scheinwischer los und wischt ihn weg. Nein. Es kommt viel schlimmer. Guck mal an. Hier. Oh. Oh. Wusch. Und nochmal durch. Also, die Nummer, guck mal, und in Zeitluke. Aha, gut. Ja, das ist sehr spektakulär. Spektakulär, Kollege. Ich liebe dich. Bitte, lass doch. Ich bin froh, dass ich dich noch da bin. Ja, ja. Ja, wir auch. So. Jetzt fordern wir dich mit einer Wette heraus. Ja, bitte, bitte. Ihr Holländer habt ja auch ein gesundes Verhältnis zum Wasser und die Krachten und all diese Geschichten. Wir werden jetzt eine Außenwette haben, die original ist. Die gab es noch nie. Wir haben gedacht, die Außenwetten, da wollen wir nicht irgendetwas wiederholen, was es schon mal gab, obwohl es tolle Geschichten gab, sondern ein bisschen zu hundertsten was Feierliches machen. Es geht um ein großes Segelschiff. Dieses Segelschiff. Auf diesem Segelschiff, das in Lübeck ist, werden nun Matrosen hoch in die Segel steigen und es werden je zwei Matrosen, wenn du mal so nett bist hier, das sind zwei Matrosen hier vorne, so, wenn du die mal einfach da hinhälst, so ganz, ja, ganz oben auf diesem Segelschiff, zwei Matrosen und dann hier ebenfalls zwei Matrosen. Diese zwei Matrosen halten so Stängelchen in den Händen und fahren unter einer Brücke durch. Auf dieser Brücke gibt es zwei Kontakte und wenn sie dir berühren, genau in der richtigen Sekunde, geht auf dem ganzen Schiff eine wunderbare Lichterkette an. Wenn nicht, ist das verloren. Es müssen mindestens vier Lichterketten angehen, sechs sind drauf. Ein großer Segler vor dem Herrn ist der Kollege Björn Hergen-Schimpf. Der ist jetzt live vor Ort und wird uns den Segler vorstellen und nochmal die Wette. Björn, hörst du mich? Ich höre dich fantastisch. Hallo Thomas, guten Abend. Guten Abend. Thomas, wir melden uns hier, wie gesagt, aus Lübeck nicht direkt, etwas außerhalb von der Trave. Für euch da unten, die Trave, das ist so Schleswig-Holsteins Antwort auf den Mississippi, das ist der mächtigste Strom des Nordens hier oben, ungefähr. Ja, deswegen ist ja auch groß genug die Trave, um so ein Riesenschiff hier verkraften zu können, die Gershonnes. Ich erzähle gleich ein bisschen mehr. Ich darf ganz kurz meine Gesprächspartner vorstellen, die mir ein bisschen helfen dabei, denn zwischen einem 10-Meter-Schiff und einem 110-Meter-Schiff liegen nicht nur 100 Meter, sondern eine ganze Menge mehr. Links von mir, das ist der Kapitän Koch, Captain Cook genannt. Er ist der Ausbildungskapitän und gleichzeitig, jetzt kommt noch was. Ich bin in Maris Perestroika-Seeling. Wir sehen zu, dass da deutsche Missegelinger auf die Schiffe kommen. Damit Deutsche mit hier auf diesen Schiffen segeln können. Und rechts von mir, das ist der Herr Hagedorn. Herr Hagedorn hat einen ganz tollen Titel. Herr Hagedorn, Sie sind der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Elektrohandwerkers. Ja, prima. Haben wir das zusammen gut hingekriegt. Guten Abend. Guten Abend. Prima. Also, Monsieur 100.000 Volt, Captain Cook, das kann ich mir merken. So was ist eigentlich passiert. Da sind ein paar Herren aus dem Beritt von Herrn Hagedorn an Bord dieses Schiffes gewesen. Sie sind segeln gewesen und haben sich dann zusammengesetzt mit dem Kapitän. Und haben ein bisschen fachgesimpelt und ein bisschen diskutiert. Dazu gab es auch vielleicht ein 24-24-Vodka, also so aus der Pipette gereicht. Mehr natürlich nicht. Und da wurde natürlich darüber diskutiert. Mensch, eure Elektronik, die ist zwar gut, aber anfällig natürlich logischerweise durch die Feuchtigkeit, durch die Seeluft, durch den Salzgehalt und so weiter und so weiter. Die können wir euch auch fixen. Dann könnt ihr noch besser navigieren. Moment, hat der Kapitän des Schiffes gesagt. Das ist der Kapitän Sushina. Der ist jetzt nicht hier. Der steht auf der Brücke oben mit den Hühneraugen draußen. Nämlich dir bloß nichts passiert. Und der hat gesagt, mein lieber Hagedorn, so ungefähr, ich segel, ich, Sushina, mit meinem Schiff, der Kaschanis, bin jetzt schon mit meinem Team, meinem Schiff in der Lage, wie du schon gesagt hast, auf dem Strich, Thomas, auf dem Strich, wenn es einen gäbe, so unter der aufgeklappten Herrenbrücke über die Trawe bei Lübeck durchzusegeln, nur unter Segeln, nicht Maschinenkraft, dass oben aufgestellte sechs Matrosen auf den obersten Rahmen in der Lage sind, mit so einem Gerät hier, das erzähle ich gleich noch ganz kurz, einen Punching-Ball zu berühren oder zwei in diesem Falle und damit Lichterketten auszulösen. Sechs Lichterketten sind angebracht und, na gut, vier müssen berührt werden, dann ist es passiert. Dann ist die Wette geworden. Ja, jetzt geht die Brücke auf, ganz kurz. Ich meine, das sieht schon ganz schön groß auf. Die geht also auf 50 Meter Höhe hoch. Das ist die größte Hubbrücke Europas. Aus irgendwelchen Gründen soll sich der Architekt direkt danach erschossen haben. Ist eine lustige Geschichte am Rande, wie ich finde. Und, Herr Hagedorn, dann haben Sie aber zu dem Kapitän gesagt, das schaffst du. Das glaube ich nicht und das will ich sehen. Gut. Was machen Sie denn, wenn er, der Kapitän, mit seinem Schiff das schafft? Dann werden wir aus unseren bestehenden Berufswettbewerben, einem Rollverfahren, Lehrlinge, unsere besten Lehrlinge aus ganz Deutschland, auf dieses Schiff entsenden, die die Elektrik und die Elektronik dieses Schiffes wieder auf Vordermann bringen und weiter aufrüsten. Unter anderem werden wir dann... Darf ich ganz kurz fragen, da sind also die Jungs hier dahinter, da sind Top-Lehrlinge, die also dann bei Kap Horn, bei Wind um 10, irgendwelche Plus- und Minus-Polle verwechseln. Wir scharren schon mit den Hufen. Wir werden also hier zu Ausbildungszwecken eine zweite Kommandobrücke einbauen und werden dort unter anderem beispielsweise ein Radar einsetzen. Wir werden einen Echelot aufbauen und einen Speedometer, sowie eine Windmessanlage. Unter anderem ist ein Wetterschreiber vorgesehen, auch als Wetterfax bekannt. Vielleicht ganz kurz für alle, die in Südlich-Kassel wohnen, ein Wetterfax ist, also was Sie im Prinzip in der Tagesschau sehen. Nur man kann von verschiedenen Satelliten sich das Bild holen, vorher drucken und dann sehen, was in den nächsten Tagen passiert. Also sowas wird hier alles installiert. Ja, und dazu kommt dann noch ein Seekartenplotter und Seefunk ist selbstverständlich. Das Satellitentelefon ist nicht überall, werden wir aber auch machen. Ein Navtex-Melder und natürlich die gesamte Stärkstoffinstallation, alles was dazu gehört. Technik und Dienstleistung vom Feinsten und das mit dem E-Blitz. Gut, also wir nehmen Sie beim Wort, das machen die Elektro-Kadetten hier, die da mit an Bord gehen. Captain Cook, Captain Koch. Ich muss schon sagen, wenn ich das so höre, was hier aufgelistet worden ist, das ist ja eine gewaltige Leistung für Jugendliche aus Ukraine und aus Deutschland, was dort der Elektrikerverband vorgehabt, das ist nach Armstwert für Motivation der Lehrlinge in ganz Deutschland. Danke, das ist ein Ding. So, und noch ein bisschen, was kommt. Ja, Björn? Ja, ganz kurz. Du wolltest schon zurücknehmen? Ich wollte nicht, aber ich habe so langsam daran gedacht. Darf ich ganz kurz, vielleicht noch besser, der Captain Koch neben mir, ganz kurz im Schweinsgalopp das Schiff erklären, damit also wirklich südlich Kassel jeder sich vorstellen kann, was das eigentlich für ein Schiff ist. Okay, im Schnellgalopp, jawohl. Im Schnellgalopp, 110 Meter lang, wir haben jetzt ungefähr 16 Segel gesetzt, 2000 Quadratmeter. Die Maschine ist ausgekuppelt, das heißt die Schraube ist ausgekuppelt. Gut, die Schlepper sind zur Sicherheit da, dass falls mal was passiert, wir gebremst werden können, nicht gegen die 10 Millionen Schaden passiert. Aber wir müssen mit einem Lotsen im Mast, mit einem Lotsen auf der Brücke, mit dem Kapitän, vom Radgerät, ein Offizier, ein Matrose am Steuer, sechs Matrosen da oben. Und falls eine Böe kommt, müssen hier alle weg und 150 Seeleute die Regeln prassen. Das müssen wir innerhalb von 20 Sekunden schaffen. So schnell sind wir nämlich da durch. So, und da oben sehen wir jetzt die beiden Herren mit diesen Lanzen, ähnlich wie bei den Ritterspielen. Richtig, genau. Ich darf es noch einmal vormachen. Hältst du mal eben das Mikro? Den Kontakt müssen Sie an diesen komischen, wie nehmen wir das, Sandsäcken da oben auslösen. Das sind die Henry-Maske-Gedächtnissäcke und dann müssten die Lichterketten angehen, vier von sechs. Ich frage dich nicht, wie alt ist der Kapitän, ich gebe zurück, Thomas. Danke, so, also wie lange braucht ihr ungefähr, bis ihr lossegeln könnt? Wir laufen, im Prinzip warten wir jetzt nur drauf, dass du sagst, go, dann lassen die Schlepper uns los und das Schiff läuft unter Segeln, nur mit eigener Kraft unter der Brücke durch. Dann macht euch fertig, jetzt geht es sofort los. Ich frage nur, was gibt es in Holland, was machst du, wenn sie das nicht schaffen? Tippst du, dass es funktioniert oder sagst du, das ist alles zu abenteuerlich, das kriegen wir nicht hin? Ich sage, leider, Sie können sehr gut reden dort, aber ich glaube, Sie brauchen zu viel Glück für diese Wette. Ich sage, leider, nein, Sie schaffen das nicht. Du traust es Ihnen nicht zu, obwohl Sie es versuchen werden. Was ist dein Gegenangebot? Dann wollte ich gerne etwas typisch holländisch machen, aber was ist typisch holländisch in dieser moderne Zeit mit dem neuen Europa? Aber ich weiß, dass auch noch viele Deutsche und andere Ausländer glauben. Windmüll und Holzschuhe, das ist für mich holländisch. Windmüll und Holzschuhe. Wir laufen alle mit Holzschuhen, das ist nicht richtig, nur ich kann etwas tun mit Holzschuhen. Und wenn es nicht klappt, dann möchte ich gerne versuchen, um mit Holzschuhen auf Michael Jackson die Moonwalk zu machen. Ey, Moonwalk auf Holzschuhen? Das ist eine tolle Idee von Rolf Voltisch. Aber lieber nicht. Nein, nein. Da würden wir uns freuen. Meine Herren, in Lübeck sind wir soweit, können wir absegeln? Ja, Thomas, wir sind soweit und wir würden wahnsinnig gerne noch einmal ganz kurz auch für die Besatzung der Kachonnes, die seit 40 Tagen keine Frauen mehr gesehen haben, die Dame neben dir etwas sehen. Und vielleicht einmal noch für die Besatzung der Kachonnes, ein Blick auf das Dekolleté der Dame links von dir. Meli Carlotti. Hey, wir bedanken uns. Hey, das ist okay. Gut. Okay, Thomas. Gut. Top, die Wette gilt, Richtung Brücke das Zeichen Karaschon. Und was jetzt passiert, läuft alles nur noch von der Brücke ab. Wir können nur noch kommentieren hören. Jetzt kann ich mehr gestoppt werden. Jetzt kann ich mehr gestoppt werden, nur noch richtig gesteuert und durch. Wir müssen also durch. Wir fangen nochmal an. Ganz oben auf den obersten Rahmen stehen also diese sechs Matrosen. Das sind nicht die Trainees, die auszubilden, sondern das ist die Stammcrew. Das sind also die... Das machen die auch in Kaporn bei schlechtem Wetter. Richtig. Da können sich unsere... Im Land und überall in der Nordsee. Da können sich unsere deutschen Elektrokadetten schon darauf einstellen, dass sie da oben irgendwelche Kabel ziehen müssen. Da oben stehen sie, Höhe circa 45 Meter, in der Hand bewaffnet mit diesen Kugeln. Sie stehen, da sehen wir es hervorragend, auf allen drei Masten. Auf jeder Seite hängt eine Lichterkette runter, macht zusammen sechs. Vier müssen brennen. Das Problem ist natürlich, unter Segeln, das Schiff läuft nie ganz gerade aus. Wie hoch ist das, Björn? Guckst du skeptisch? Moment. Ja, er guckt skeptisch. Das ist ungefähr 45 Meter hoch, Thomas. Das ist eine völlig normale Höhe für die Jungs da oben. Und wir haben ein bisschen Wind um drei ungefähr. Und er schiebt auch. Also das Schiff hat ja fast nicht mal Strichlage. Das machen die auch bei Windschlage acht bis zehn, wenn also das Schiff sich richtig zur Seite legt. Sie stehen unten in sogenannten Pferdefüßen und sind natürlich mit einem Sicherheitsgurt eingehängt. Also wenn sie fallen, fallen sie maximal einen halben Meter. Das wollen wir aber nicht vormachen. Wir drehen hier nicht Cliffhanger. Sie gucken so skeptisch? Ich glaube das noch nicht. Ich will das sehen. Also ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Okay. Also wir warten ab. Es sind noch ein paar Meter bis zu der Brücke. Und das Problem des Bremsens. Kein Mensch kann sich vorstellen, natürlich Kassel, sage ich nochmal, dass ein Schiff einfach nicht bremsen kann. Ein Schiff hat dieses mittlere Pedal nicht. Wirklich nicht. Nein. Es sind ungefähr 3000 bis 4000 Tonnen Stahl, die dort durch Wind bewegt werden. Und es ist jetzt keine Möglichkeit zu bremsen. Selbst wenn wir im Notfall die Maschine rückwärts laufen lassen, brauchen wir immer noch 2000 Meter zum Stoppen. Habt ihr schon mal mit Föhn in der Gegenrichtung versucht? Ja, das bremst auch nicht, weil du den Strom nämlich mit Handpedal erzeugen musst. Aber in Düsseldorf hat man glaube ich nicht gehört. Wir haben hier gesagt, laut und vernehmlich, top, die Wette gilt. Das wurde also gesagt. Mit einem freundlichen Karaschuh hinten dran Richtung Brücke. So. So. Jetzt geht's ans Eingemachte. Da oben hängen diese beiden Beutel. Man sieht sie sehr deutlich. Da ist der Henry, zweimal Henry, Maske, Gedächtnissack. Der muss berührt werden. Punchingball, ich bitte um Entschuldigung. Das ist mir so rausgerutscht. Das kann ja mal passieren. Und das Schiff läuft jetzt also wirklich nur vom Wind geschoben, angetrieben, wenn er so wollt. Ein ganz leichter Bauch ist in den Segeln. Durch die Segelstellung kann er natürlich das Schiff ein bisschen noch kurz sein. Hier sind 4,5 Knoten oder 7 bis 8 Stundenkilometer. 7 bis 8 Stundenkilometer. Und das ist nun nicht irgendwie mit einer Servolenkung, sondern da ist nichts mehr zu machen. Er muss ganz sauber drunter durchkommen. Links und rechts hat er 8 Meter. Und hier ist eine kleine Mikro-Strahlung. Jetzt können wir es schon sehen. Die Brücke 50 Meter hoch. Jetzt geht es ans Eingemachte. Da oben sehen wir die Matrosen. Lass es noch 50, 80 Meter sein. Das Steuerbord hat ein kleines Problem in der Rahr. Hier um uns herum tost das Leben. Einige tausend Lübecker sind rausgekommen. Gucken Sie sich das an. Und wir haben noch ein paar Meter hier. Jetzt wird es langsam spannend. Vielleicht hören uns die Lübecker hier am Strand. Ihr Lübecker, ihr müsst uns unterstützen so ein bisschen. Wenn das geht. Wir kommen näher. Vier von sechs Lichterketten müssen brennen. Wir haben oben so gepasst, dass am Backbord die erste Lichterkette angehen müsste, wenn er trifft. Er steht da ganz ruhig. Er ist ein bisschen nervös, dass nicht so seine Latte wackelt. Das darf passieren. Eine Lichterkette. Die zweite Lichterkette. Jetzt der zweite Mast. Das gleiche Manöver. Zwei neue Matrosen. 45 Meter Höhe. Sie stehen nur in den Fußbären drin. Drei brennt. Vier brennt nicht. Da müssen die Elektrokadetten ran. Da ist irgendein Kurzschluss drin. Berührt hat er. Was ist es sonst gewesen, wenn da kein Kontakt war? Eine brauchen wir noch. Eine gilt die Wende. Ja! Yes! So sieht's aus. Die Wette ist gewonnen. Die Kershonnes und ihr Kapitän haben geschafft. In Kürze werden die ersten Zehn entsandt und die Jungen laufen die Scharen schon mit den Hufen. Das geht auf den richtigen Schluss. Okay, Thomas. Ich gebe zurück nach Düsseldorf. Danke, Laura. Ein schönes Bild. Und jetzt auch noch Feuerwerk in Lübeck. Herzlichen Dank. So, du hast gesagt, sie schaffen es nicht, aber sie haben es geschafft. So eine war kaputt. Moment, wir haben aber gesagt, vier müssen sie nur schaffen, sie haben sogar fünf geschafft. Das heißt, Moonwalk in Holzschulen. Ich weiß es. Du weißt es. Danach es. Ich soll es mal versuchen. Oh ja. Jetzt, Entschuldigung. Nach nichts ist in Ordnung. Aber sie ist besser als Tiere. Besser als das. So, jetzt die originalen Holzschuhe aus Holland mitgenommen. Ach, niedlich. Jetzt also Moonwalk in Holzschulen. Wetteinlösung von Ralf Voltisch, der holländische Wettendartsmoderator. Musik, Moonwalk, ab. Musik, Moonwalk in Holzschulen. Wetteinlösung. Und jetzt ein Künstler, der bei Wettendarts schon Stammplatz hat. Er ist einer unserer großen Rocker mit der deutschen Stimme und der in deutscher Sprache singt. Hier ist Peter Maffay. Siehst du die Sonne. Wettendartsmoderator. Musik, Moonwalk, ab. Musik, Moonwalk, ab. Musik, Moonwalk in Holzschulen. Ein Wetteinlösung und jetzt ein Künstler, der bei Wetten, Das schon ein Stammplatz hat. Er ist einer unserer großen Rocker mit der deutschen Stimme und der in deutscher Sprache singt. Hier ist Peter Maffei. Siehst du die Sonne? Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist Peter Maffei. 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 43 Leute, die... Ich... Ich... Ich schmeiß einen raus, dann schmeiß ich zwei raus, da... Pssst... Macht euch doch nicht alles kaputt Kinder. Guckt Sie an, solange Sie es gibt, aber schreit nicht rum. Das muss ich erst wieder laut werden. Also... Doch, du gehst. 43 Musiker werden sich jetzt innerhalb einer Minute in einem Van quetschen. Mit ihren Instrumenten. und sie werden alle Türen zu machen und werden anfangen zu spielen. Do you believe that 43 musicians with all the music, with all the instruments, trumpets, everything, going to a little van, you're going to close all the doors, they take a minute and then they're going to make music. Ihr glaubt das. Ich glaube dich. Er liebt mich und der Rest glaubt es. Okay, dann guckt es euch an. Hier ist eine echte bayerische Blasmusik und ihr seid bitte, bitte schön brav. Ich stehe jetzt auf. So, jetzt kommt die Blasmusik. Hier ist Alfong Schmidt und seine Musikkapelle Burgberg. Bitte schön. Hier ist Alfong Schmidt und seine Musikkapelle Burgberg. Stopp! So. Pass auf. Pass auf. Die alle, all these guys mit den Instrumenten, gehen in diesen Bus. Die Mützen werden abgenommen. Das ist der Bus. Alle müssen rein. Türen müssen zugehen. Gut. Okay. Hier kommt der Bus. You can watch wherever you want. Be careful. So. So. Junge, Junge. So. Du bist der Vorstand. Wie lange habt ihr trainiert, bis ihr alle Musiker ohne Personenschaben ins Aufhegekriegt habt? Vor acht Jahren trainierten wir circa drei, vier Wochen. Dieses Mal hatten wir einen Tag Zeit. Jetzt schmeißt er meine Gummibärchen weg. Oh! Junge, Junge. Da waren die Michael-Jackson-Fans aber brav, mein Lieber. Die haben pariert. Also, passt auf, was hier in Geschichte passiert. Junge, Mensch. Eure Krankenpfleger da. Das ist unglaublich. Also, 43 Menschen. Einige sind sehr... Ich schreibe die... Sagt mal denen, die sollen brav sein. Ich schreibe die ersten Strafen aus. Frank. Hier ist alles okay. Gut. Erst geht's Verwarnung, dann Verweis. Und dann werdet ihr mit ihnen eingesperrt. Eine Woche. Ja, ja. So, also, jetzt pass auf. Jetzt passiert's. Wir haben ein paar kleinere Modelle hier, zum Beispiel den hier. Das gleicht sich aber dann dadurch aus, dass wir einige X-Large-Größen da haben. Da ist einer mit Schuhgröße 50. Guck mal hier. Der muss die Latsch natürlich anbehalten hier. Guck mal, mit diesen Riesenflossen wird der nachher also in diesem Bus sein. 43 Menschen innerhalb einer Minute. Jawohl. Und ihr müsst spielen. Welches Stück werdet ihr spielen? Wittenberger Marsch. Der Wittenberger Marsch. So, dann. Sie haben gesagt, ihr schafft's. Eine Minute. Türen müssen zu sein. Es muss Musik gemacht werden. Hüte sind bereits abgenommen. Ich sage, top. Die Wette gilt. Eine Minute. Noch 57 Sekunden. Noch 45 Sekunden. Keine Hetze. Noch 35 Sekunden. Noch 27 Sekunden. Die Türen gehen zu. Musik spielt. Und losfahren. Der Bus muss fahren. Und jetzt fährt der Bus. ein Bus voll Musik. Musik spielt. Und das reicht. Wette gewonnen. Ho, ho, ho. Hoppala. Ho, ho. Glückwunsch. 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 So. Glückwunsch. So. Glückwunsch. Aha. So. Da kriegt ein Deo als Andenken für das beste Ehemann. Oh, unter den Bänken noch welche raus. So, hoppala. Und Dankeschön, Wette gewonnen. Die Blasmusik und los! Und... Das nächste Mal, alle 200 in ein Manta. So, ihr habt uns versprochen, ihr singt. You're gonna sing another song, right? Okay, take that. Macht dich fertig zum Auftritt. Ja, komm, nehmt sie mit, nehmt sie mit. Okay, all for you. Good, I got it. Okay, hier raus. Hier, hey, hey, hey. So. Also, gleich sind sie wieder da. Gleich sind sie wieder da. Ja. Ja. Wenn Sie sagen, ich wette, dass meine Tochter anders ist. Oder wenn Sie sagen, wir schaffen eine Schulklasse, keinen Ton sagen zu lassen, obwohl Tag Wett im Raum ist, dann hätten Sie eine neue Wette. Also, ich gebe Ihnen die Chance für einen neuen Wettaufruf. Hier ist unsere Adresse. So, nur ist... Ich sage euch, die singen nicht mehr. Jetzt wollen wir doch mal zu Hause beweisen, dass deutsche Kinder einem deutschen Fernsehmoderator noch so parieren, dass ihr jetzt fünf Minuten brav seid. Dann singen die wieder. Psst, fünf Minuten, okay. Psst, Finger auf den Mund. Fünf Minuten. So. Okay. Es geht ja. Psst. Das ist doch lauflich. Aber Sie sehen, wie... Ruh! Sie sehen, was man mit Güte erreicht hat. Wenn Sie sagen, das ist eine Wette für die nächste 100er Staffel, schicken Sie sie uns. Wenn Sie sagen, ich habe heute meine Lieblingswette schon gefunden, dann hier noch einmal die Endauswahl. So. Das sind die Lastwagen auf Bierglasstelle. Sie haben es geschafft und es war die Mutter aller Wetten wieder gewonnen. Die schönen Mädchen auf starken Armen war unsere Brückewette. 0137 0012. Das Superhirn aus der Schweiz, unser Hans. Die längste Zahl der Welt. 0137 0013. Hier die Segelwette. Wenn Sie sagen, das hat mir gefallen, wie in Lübeck die Lichter anging, dann ist das Ihre Wette. Oder wenn Sie sagen, die Blasmusik, die Blasmusik im Bus war meine Lieblingswette. Dann die Telefonnummer 0137 0015. So. Das sind unsere Wetten für heute. Jetzt gibt das mal schnell. Jetzt habe ich noch... Oh nein. Oh nein. Jetzt machen wir noch eine Saalwette zu Hause. Gucken Sie sich das hübsche Mädchen an. Einer der Herrschaften auf der Bank ist, was ist dein Pate oder Onkel? Patenonkel. Der Patenonkel. Tauf Patenonkel weh? Ja. Ja. Wer von diesen Herrschaften ist der Patenonkel dieses hübschen Mädchens? Ist es unser Holländer? Was ist der Papa in Holland? Ist es eine Patin aus dem Vatikan? Ist es Lippi, der gute Onkel und der böse Pate? Oder ist es Frank, der Patenonkel? Der sieht ja aus, als würde er gleich zur Taufe gehen. Du siehst immer so aufgeräumt aus, als ich denke, der Frank, der macht sich nie schmutzig. Du weißt es vielleicht. Wer ist dein Patenonkel? Gibst du? Der Frank. Der Frank. Ist das nicht schön? Eine Cheerleaderin hast du zum Patenkind. Aber du musst wissen, sie hat einen so tollen Vater. Das war der beste Linksaußen, den wir jemals hatten. Für mich unvergessen viele Länderspiele. Erwin Kremers, Schalke. Ach Mensch, siehst du? Daher die Beine. Ein Kremerskind. Herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Übrigens, danke schön. Jetzt können wir es Ihnen ja verraten. Es wurde heute Fußball gespielt in Deutschland. Sie haben das gar nicht gemerkt. Aber 1 zu 0. 60.000 Menschen setzen sich bei Wind und Wetter ins Stadion, weil einmal eine Flanke von Matthäus zu Scholl kommt. Scholl schießt ins Tor und das war's. 1 zu 0 für Bayern. So, jetzt haben wir die Endspende. Boah. Ich habe hier zwei Faxe. Ich kann es nicht glauben, aber es steht. Sehr geehrter Herr Gottschalk, als Hals-Rühmann-Fan und als Fan der Automarke Jaguar möchte ich für den guten Zweck und natürlich für das Auto 250.000 Mark spenden. Jens Kalis und der Geschäftsführer der Tobit Software GmbH möchte sich auch an der Aktion beteiligen. Sein Gebot lautet 255.555 Mark. Eine Viertelmillion für die Aktion Menschen für Menschen und wir sind aus der Blutspende-Nummer draußen, meine Herren. Wir behalten unser Blut. Wir behalten unser Blut und geht's noch höher? Das heißt, wir werden nachher einen schönen Scheck zusammenbekommen. Wir werden sehen, wer ist der Wettkönig. Gary! Gary! Gary, das glaube ich. So. Und jetzt kommt unser Jaguar. Hier ist er. Das ist der Jaguar, der für eine Viertelmillion, ich kann es nicht fassen, aber wir haben zwei fast gleichlautende Faxen. Faxen. Einer davon ist sicher seriös. Das heißt, seriös sind beide, aber ich garantiere Ihnen, dass wir nicht mehr runterrutschen. Also, Herr Deutschlandchef. So. Also, ich meine, Sie wissen, was ein schöner Jaguar wert ist, aber eine Viertelmillion für dieses Auto, das freut Sie, ne? Das ist eine tolle Geschichte. Dieses Auto geht für 255.555 Mark an den Geschäftsführer von Tobit Software. Das ist toll, das macht uns stolz. Und ich bedanke mich. Dieses Auto gehört ab jetzt Ihnen. Respekt für die große Spende. Und hier ist der Mann, der sich darüber am allermeisten freuen wird. Hier ist Karl-Heinz Böhm. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß, ihr beide kennt euch gut. Man sagt ja oft, Unterhaltungsshows, das sind ein bisschen Seifenblasen, das hat man am Montag vergessen. Ich glaube, Herr Böhm, für Sie nicht. Für Sie war der Besuch bei Wetten, dass der Beginn eines Lebenswerkes. Zwei Sätze dazu. Ich bin fassungslos, ich kann wirklich kaum Worte finden, das was hier passiert. Ich möchte Ihnen allen nur etwas sagen hier heute Abend. Und ich möchte es vor allem allen Zuschauerinnen und Zuschauern sagen. Wenn ich denke an diese letzten 15 Jahre und an diese erste Sendung mit dem Frank in Wien am 16. Mai 1981, dann wünschte ich mir, dass Sie alle sehen würden, liebe, liebe Freunde, die Sie zuschauen, die Sie hier mit mir sind, wenn Sie sehen könnten, wie viel Menschenleben wir gerettet haben. Das sind über eine Million Menschenleben. Wenn Sie sehen könnten, wie wir die soziale Sicherheit in diesem Land Äthiopien, das das ärmste Land der Erde ist, mit einem Durchschnittseinkommen von Bauernfamilien von 25 D-Mark im Monat für Ihre Familien. Wenn Sie wüssten, was wir mit dieser Unterhaltungssendung Wetten, dass mit Ihnen als Menschen für Menschen gemacht haben, Sie wären sehr, sehr glücklich und sehr stolz. Und ich darf Ihnen zum Abschied sagen, damals in der Sendung Wetten, dass in Wien wusste ich ja nicht, wo man, denn ich hatte noch keine Organisation, wo man das Geld hinschicken sollte. Und ich habe in meiner Verzweiflung gesagt zu den Bundespräsidenten von Deutschland, Österreich und der Schweiz, und das ist dann auch geschehen, heute ist das ein bisschen einfacher. Wir sind etwas besser organisiert. Hoffentlich kriegt er es jetzt raus. Ich hoffe, dass es gezeigt wird und dass man sich diese Nummer merken kann. Also, das heißt nicht nur heute Abend ein paar wenige, sondern Sie können gerne weiterspenden. Die Aktion Menschen für Menschen läuft genauso weiter wie Wetten, dass. Den Scheck übergibt auch ein hübsches Mädchen, unsere Miss Germany. Das muss ja alles ein Gesicht haben. Hier ist die Miss Germany, Jasmin Mansour mit einem Scheck. Bitte schön. So. Hallo. Eine Zauberprinzessin. 30.000 Mark kommt von Mannesmann, das war die eine Telefonnummer, die wir gehabt haben. 30.000 Mark kommt von der Deutschen Telekom, die auch die Gesamtanrufe addiert haben. 12 Pfennig pro Anruf, wenn es mehr werden sollte, kommt mehr dazu. 255.000 Mark stehen im Moment für den Jaguar auf der Rechnung. 10.000 Mark, na, aus 5 waren es, glaube ich, 5. 5 hat mir Ingo Meisel aus dem Kreuz geleiert für meinen Mantel. Die Blümchen, 7,80 Mark, werden abgezogen. Ich habe auch was. Dankeschön. Du hast auch was für mich? Und zwar von dem D2-Musiker. Boah. Was D2 privat gemacht hat. Ein Geschenk für mich. Ah, D2 sind das die mit dem Telefon. Ja, genau. Dann werden Sie lobend erwähnt. Dankeschön. Ich wünschte, liebe, liebe Freunde, zum Abschluss eines, dass alle Politiker und Wirtschaftler auf der Welt, die zulassen, dass es so viel Elend gibt, wie es heute noch gibt, sehen, wie leicht es ist, mit Freude, mit dieser Freude, die Sie hier zeigen und 15 Jahre lang gezeigt haben, in dieser wunderbaren Unterhaltungssendung, das Leben zu verändern von Menschen, die in so tiefer Armut sind. Meine tiefste Dankbarkeit an alle, die mir dieses Vertrauen geschenkt haben. Herzlichen Dank. Franz, du hast damit angefangen. Ich traf das gerne weiter. Dankeschön und Respekt, Frau Reinsprün. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Danke. Dankeschön, mein schönes Kind. Soll ich dir noch vielleicht hier Schwänzlein nachtragen? So. Dankeschön. Psst. Ich muss die Stehlampe rausbringen, dann geht's weiter. Ruhe. Entschuldigung. So. So. Danke sehr. Tschüss. Wie gesagt, das ist hier. Psst. Das. Okay, hier sind Take That. Back for gold. Ja. 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 Vielen Dank. 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 Millionen Frauen haben geweint und heute sind die Tränen wieder trocken. Ihr werdet es überleben. Danke. Vielen Dank. Das für Kids. Ich verspreche euch, wir werden versuchen, für die Kinderwetten, das, die es demnächst geben wird, einen von Take That auf die Bank zu kriegen. Vielleicht auch Captain Blaubeer, vielleicht auch die Maus oder Angela von den Kellys. Es wird eine Kinderwetten, das Sendung geben und wenn ihr Kinderwetten habt, wenn ihr sagt, ich kann alle Dinosaurier unterscheiden oder weiß, ich habe eine gute Idee für eine Kinderwette, schickt sie uns. Um die Weihnachtszeit herum wird es eine Sendung für Kinder geben, wo nur Kinderwetten und wo Kinder im Publikum sind und ich, alter Esel, werde das präsentieren. So. Und ich kann das gar nicht sehen, dieses Elend. Es wird alles wieder gut. Glaubt mir, ich habe das auch mitgemacht. Jetzt. So ist das Elend. Kinder weinen und Männer zu Hause jubeln gleich, weil sie ein Mercedes gewonnen haben. So geht das im Leben auf und ab. Jetzt kommt die TED-Entscheidung. Wir haben einen Wettkönig, ist das nicht toll? Also, wer ist der Chef im Ring heute Abend? Wir haben einen ganz eindeutigen Wettkönig, aber wer es ist, erfahren wir erst im Laufe der Zeit. Wir weinen leise weiter. So. Wer ist die Nummer 5? Denn jetzt wird es Pro Wette. Die Nummer 5 ist die Blasmusik. Pro Wette gibt es einen Gewinner eines Mercedes. Bitte tief reinbohren und eine Karte ziehen. Tief reinbohren. Das sind alles Einsender, die sich auf die Blasmusik-Wette festgelegt haben. Den Mercedes, der C-Klasse-Kombi, gewinnt Bettina, eine Dame. Bettina Bolz-Steinmetz in Wiel in der Ortstraße 23, gewinnt diesen schönen Mercedes. Ich hebe die Karte auf, damit sie nicht verloren geht. Wo liegt bitte die 4. Wette? Mit 9% und 900 Mark das Segelschiff. Hier stehe ich richtig. Dann muss ich gucken, dass ich auch die Wette von der Tante Marta finde. So. Auf das Segelschiff hat sich festgelegt Carolina Nachbauer in Ravensburg. Sie gewinnt einen E-Klasse-Kombi. Dieses schöne Gerät gewinnt sie. Wer liegt auf dem 3. Platz? Wer gewinnt die Großraumlimousine der V-Klasse? Das ist die Brücke. So. Patenkind ganz schön reinbohren, damit wir... Einen Mercedes-V-Klasse-Van, der geht nach Österreich. Rosa Müller in Tirol, in Austria, gewinnt einen Mercedes-Familien-tauglich. Ich möchte euch noch was sagen. Und zwar möchte ich dir heute noch als Anlass nehmen, die zu gewonnenen Wette meine Verlobte offiziell um dir den Rahmen zu bitten. Hey, ich hoffe, das hat sie gehört. Ja, ich hoffe auch. Hier hat eine die Verlobte um ihre Hand gebeten. Ja. Und die Verlobte? Ja. Gut, die Verlobte hat einen Mann gefunden, Glückwunsch. Und der kriegt den nächsten Mercedes. Wer kriegt den 2. Platz? Das ist die Lkw-Wette. So, bitte bohrt tief nach unten. Und er macht jemanden glücklich, der diesen E-Klasse-Kabriowagen gewinnt. Und ein Mercedes-Cabriowagen für Klaus. Oh, wer hat deine Klaue? Klaus Plünder in Springe. Hier, das ist ihre Karte. So. Und der 1. Platz. Wer gewinnt? Hans. Deine Leistung ist unbestritten. Du machst jemanden glücklich. Er ist der Wettkönig des heutigen Abends. Und er verlost ein Mercedes-Cabriow. Ein elegantes Gerät. Kompressor. Schauen Sie mal. Das Dach wird zum Kofferraum. Und das ist Tommy Orner. Grüß dich, Tommy. Steig aus. Herzlich willkommen, Tommy. Du hast eine Dame glücklich gemacht. Das ist die Frau, die dieses Auto gewinnt. Lest du vor? Simone Hinkelmann in, wie heißt das? Funkstadt. Funkstadt. Ein Traumauto. Simone, das Traumauto ist für dich. Ein Wunschauto. Heute hast du jemanden glücklich gemacht. Demnächst ärgerst du Menschen. Wann geht es bei dir los? Ich ärgere ab September mit der versteckten Kamera. Morgen werde ich aber die Menschen nicht ärgern, sondern glücklich machen. Ich werde Wünsche erfüllen. Dann lass dich überraschen. Um 20.15 Uhr hier im ZDF. Morgen lass dich überraschen mit Tommy Orner. Ab Herbst ist er dann der Mann mit der versteckten Kamera. Kamera, ich bedanke mich bei dir. Und jetzt, jetzt, jetzt geht es. Das ist nicht mehr Take-Vet. Das sind die Damen vom Blutspendedienst. Meine Herren, es geht uns ans Eingemachte. Also, wer kein Blut sehen kann, also, wir haben ja versprochen, dass wir am Ende der Sendung Blutspenden 12.000 Mark hier noch einmal die Kontonummer, falls ich nicht gesehen haben von Karl-Heinz Böhm, Menschen für Menschen, so. Hallo, Schwester Inge. Oh, Schwester Inge. Schwester Inge. Hallo, Schwester Inge. Also, entweder du zahlst für Ruhe. Psst. Ronaldinchen. Jawohl. Das ist die Jugend. Jawohl. Psst. Also, entweder du zahlst für diesen Mantel 10.000 Mark. Oder aber ich lasse die Spritze, die du jetzt reinbekommst, die lasse ich drin. Okay. 10.000 Mark für Menschen für Menschen ist in Ordnung. Inge. Herzlichen Dank. Ich danke dir auch. So. Und weh euch. Oberschwester Inge. Danke. Herzlichen Dank. 10.000 Mark sind geritzt. Tschüss. In Ordnung. Und jetzt. Tschüss. Und toll, toll, toll für euch. Alles Gute. Dankeschön. Alles Gute. Kann ich kurzfristig umsteigen auf Samenspende oder ist das jetzt zu spät? Alles in Ordnung. Was machen wir jetzt? Ich kann nur noch ein Blut haben. Oh je. Also. Ich habe kalte Hände. Alles okay. Ich muss übrigens vorausschicken, dass wir vorher. Getestet worden sind. Also das heißt, unser Blut ist sozusagen in Ordnung. Man kann nicht so einfach Blut spenden. Kann ich anders. Man kann nicht so einfach Blut spenden, sondern man muss vorher am Ohrläppchen gepikst werden. Ja. Guckt ihr, ob das Blut brauchbar ist. Beim Frank war es an der Grenze, gell? Ja, ging so. So. Gut. Können Sie mir das mal aufmachen? Also das heißt, es wird jetzt angestochen und dann, wie viel Liter ist man so pro erwachsener Mensch wert? Was meinen Sie, was rauskommt? Und jetzt? 470 Milliliter. 470 Milliliter. 470. Ich darf, solange ich noch lebe, die Kollegen vom Sportstudio bitten, dass ich ein bisschen überzogen habe, war nicht meine Schuld. Es waren, die Kinder haben dauernd dazwischen gequatscht. Tut mir leid. Derzeit wenigstens ein bisschen ernst. Ihr weint nur, aber wir bluten echt. So. Was hast du für eine Blutgruppe? Ich habe ein lustiges, positives Blut. Positiv? Positives Moderatorenblut. Ich habe Sat1-Blutgruppe. Lass Sie sich nicht vorher verabschieden, falls wir in Ohrmacht fallen. Nein, wir wollen natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Also Blutspenden ist auch in der heutigen Zeit noch sinnvoll, gell? Also, ja. Also da hört ihr es. Haben Sie schon gemessen? Wie ist der Blutdruck? Was für einen Blutdruck hast du? Wie ist der Blutdruck? 140. Ich habe 180. Ich führe. Dr. Heuer. Aus Heuerswehr. Oh, der Frank, der macht den nass. Ach so, mich auch, ja. Hast du schon mal Blut gespendet? Nee. Ja, schon fünfmal. Denkt man am besten an was anderes oder denkt man an Frauen in weißen Kitteln oder an Popgruppen in weißen Klamotten? An Popgruppen, so. Sie haben das schon mal gemacht vorher, ja? Ja, ja. Ah, das ist schön. Am 9. November, falls einer von uns überlebt, gibt es eine weitere Wetten-Das-Sendung in Barsell. Und wir würden freuen, wenn Sie dabei wären. Wenn Sie kein Blut sehen können zu Hause, dann bleiben Sie nicht dran. Aber jetzt machen Sie alle erst. Machen Sie auf. Schauen Sie mal. Wie kann man die Nadel vor schon mal sehen, dass man sich mal so persönlich kennenlernt? Mein Name ist Wolfgang. Ich heiße Wolfgang. Ich heiße Wolfgang. Ich heiße Thomas. Lenkt ihr die Jungs auch ein bisschen abflüssen durch? Ja. Okay. Mein Name ist Thomas, aber du darfst Tommy sagen Baby. Oh. Oh Gott, das ist ja eine Strichnadel. Aber ich glaube, nur beim Frank, ab 40 werden die Nadel größer, oder? Du meinst der Riese, der... Bei mir läufst du. Ehrlich, ehrlich, ehrlich. Frank führt. Ich blute so. Und kommst, sieht es gut aus, ja? Oh Gott. Ja. Hey. Kann man ein bisschen mitpumpen, oder ist das... Was soll ich jetzt machen? Oh. Einfach nichts. Nur Blut laufen lassen. Sie machen das aber sehr gut. Oh, jetzt kriege ich eine ganz heiße Hand. Ist das okay so? Das machen Sie jeden Tag. Das ist okay. Hast du auch noch eine heiße Hand? Ich habe eine ganz heiße, nasse Hand. Aber so, ich glaube, jetzt reicht es, oder? Ist das einmal voll? Das ist ein Handenhaus. Oh, Mann. Sehen Sie, wenn... Was machen Sie mit dem Blutspend? Wenn wir das überleben, dann schaffen Sie das auch. Blutspenden hilft, gell? Also sagen Sie, dass es einen Sinn hat. Ja. So. Also. Take that hat sich verabschiedet. Würde ich schon in der Ligen bleiben? Ach, komm, nee. Ja, fein. Wir bedanken uns. Das war Wetten, dass für heute. Okay, also. Wir sind die Blutgruppe. Da was. Reicht schon? Oh. Ja, Mann, die ganzen Eimer voll hier. Mählich. So. Ja. Na gut, denkst du. Bin zu stolz auf mich. Musik Die Halbfinalplayoffs in der Handballmeisterschaft, Volleyball, Kupfinal und Training zum Formel 1 Grand Prix in Brasilien, das sind Themen von Sport.